Ey Leute, was geht? Willkommen bei der neuen Folge, Bad Wars, Mods, Bad Wars mit Ente! Was geht? Wir haben hier viele... Ey, beeil dich, beeil dich, wer schnell in der Mitte ist, der wird natürlich auch die Irmlands kriegen. Oh mein Gott, ey, alles geht in die Lava, alle meine Comments da uns, das kann doch nicht wahr sein. Was geht? Wir haben jetzt endlich hier den Shop ein bisschen geupdatet, Leute, wir wollen euch das heute zeigen, was wir hier alles geupdatet haben. Die erste Folge kam sehr gut bei euch an, ihr habt es lange angeguckt, ihr habt auch viele kommentiert, was sie verbessern können. Haben wir gemacht, hier, seht ihr, wir haben nichts geändert. Ich muss schneller hin, ich muss schneller hin, das kann nicht wahr sein. Nein, ich bin runtergefallen, ich bin glücklich, nein. Ich habe es gesehen. Oh mein Gott, meine ich schon. Du hast die heutige Runde schon verloren. Oh Mann. Das war es schon. Ah, wir haben jetzt hinzugefügt, wir können Glücksspintakten kaufen, das ist ein ganz krasses Feature. Wo? Guck mal, in der Mitte ist, aber die kostet 10 Emeralds. Was? Das heißt, ich muss mich schnell überein, bevor du hier drüben bist, aber ich habe die gleich. Ich habe gleich... Und hier, ihr seht es auch, wir haben schon hier die Emeralds-Spawn größer gemacht, damit man... Ja, ich habe die Emeralds, tschüss. Ey. Das war es mit dem Video, tschüss, Freunde. Was geht? So, hier haben wir jetzt die Glücks... Oh, hier, guckt der neue Shop, heute haben wir auch hier einen Tank, der kostet 128 Diamanten. Das wird richtig teuer, also ein Panzer. Hier haben wir ein paar Waffen und so. Okay, ich habe jetzt eine Glücksspintakte, das heißt, jetzt kann ich schon... Emeralds-Farm. Ey. Nein. Hau ab. Warum kommst du jetzt rüber? Was willst du jetzt hier? Was ist doch deine Aufgabe? Oh, Emeralds, bitte. Warum haust du dich hoch? Warum benutzt du diese Bedwurst-Taktik? Das ist unser. Hey, ich habe das Bedwurst-Taktik. Ja, übereinbar und auf. Was geht? Ey, du brauchst meinen Weg ab. Mann, du wirst sehen, du wirst sehen, Ante. Ich habe Pläne. Du wirst sehen, Ante, du wirst sehen. Du wirst sehen. Nein. Ey, hau nicht ab. Bleib jetzt doch in der Mitte. Ich gehe schon, ich gehe schon. Nein, ich gehe schon. Ich will mit dir reden. Ich gehe. Nein. Tschüss. Ja, okay, wenn du gehst, dann gehst du halt. Das ist nicht mein Problem. Ja. Na gut, dann... Ey, du hast dir meinen Weg angebaut. Habe ich genug Blöcke, bitte. 1, 2, 3, 4, 5 in der Mitte. Du nicht, mein Schatz. Was geht? Ey, du hast die Waffen geholt. Ja. Wie viele Arten hast du abgebaut? Ich pulverisiere dich. Nein, ich muss abhauen. Oh nein, ich habe nicht... Oh mein Gott. Ante, hör auf, Mann. Was geht? Oh mein Gott, ich kaufe mir auch schon irgendwas. Du wirst sehen. Nein, du hast mich schon mal getroffen. Oh. Das ist unfair. Nimm dir Basuka, du blöde Ante. Nein. Nein, ich bin runtergefallen. Yeah. Nein, mit allem. Ich bin mit allem runtergefallen. Oh mein Gott, wir haben kein Keep-Inventory. Das war's. Was? Kein Keep-Inventory. Nein, das war's, Junge. Vorbeite. Das ist dein Problem. Oha. Oh, ich kann nicht schön einkaufen ohne Ende. Oh mein Gott. Ohne Ende. Ohne Ende. Was geht? So, holen wir mal kurz ein paar Emeralds. Dies, das. Alle, das ihr wisst Bescheid. So, mit Glückssplitter geht das auch richtig schnell. So, in der Perle kann ich schnell zurück in die Base. Einfach heftig, Mann. Und jetzt, ich brauche noch ein bisschen Schutz irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir müssen mal machen, dass wir mit Emeralds auch Blöcke kaufen können. Das fällt mir jetzt ein. Weil, um viele Blöcke zu kriegen, muss ich viel hier entschufteln. Hey, du bist in der Mitte. Ja, was geht? Hau ab. Ah. Junge, was treibt? Oh mein Gott. Diese Rakete ist so nice. Was treibt? Man kann die leider nur einmal kaufen, aber 10 Emeralds, das ist gar nichts mehr. Junge, ich brauche auch Geld. Ich kriege wieder nichts. Ja, dein Problem. So, ich kaufe mir direkt fort. Ende. Was geht? Was geht? Weil ich kann nicht kickeln. So, jetzt hier. Da, da. Komm. Gib, 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 gib. Warum kann man das nicht stacken? Egal. Hier noch ein paar Stück. Okay, ich habe jetzt viele Titan Cases geholt. Mal gucken, was ich kriege. Schuhe. Nice. Nochmal Schuhe. Nicht so nice. Ja, ab damit. Nochmal. Ein Schwert. Was steht da? 18 Attack Damage. Gut, 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 gut. Weiter. Eine Hose. Gönne Rüstung. Wie viel hat das? 19 Attack Damage. Das ist stärker, lol. Das ist viel besser. Dann nehme ich lieber das. Pack ich das in die Air Chain. Machen wir weiter die Kisten auf. Was kriegen wir? Oh, ein Chesspin. Nice. Schon fast ganze Rüstung. Ey, du musst in die Base. Was geht? Haha. Oha, ich kann dich damit nicht treffen. Ja. Oh nein. Was geht? Du kommst aber nicht mehr hoch. Du kommst nicht mehr hoch. Das war's. Hä? Jetzt komme ich nicht mehr. Versuch es doch. Du kriegst nicht hin. Oh, noch ein neues Schwert. 15 Attack Damage. Können wir mal hin? Und Schuhe. Dragon Boots. Kann man damit fliegen? Nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ich brauche doch auch Emeralds. Bitte. Ehrlich. Ja, okay. Ja, okay. Ist okay. Ohne deine Emeralds. Wie viele Emeralds hast du ungefähr? Äh, nicht viel. Zack, wie viel? Äh, ähm. Du bist nicht ehrlich, dann greife ich dich an. Nein, 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 nein. Kooperiere mit mir oder du wirst sehen. Ich hab nicht viel. Wie viel? Ich hab keine mehr. Wie viele hattest du? Äh, 25. 25? Ja. Ich hab über zwei Stacks. Was ist runtergefallen? Was geht? Abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die ist leer. Ja, ich weiß. Die hat nur einen Schuss. Deswegen. Alter, wie leid. Deswegen ist die so billig. Deswegen ist die auch so billig. Ach so, ich hab gedacht. Alter. Oh mein Gott. Ich kann jetzt einkaufen. Ich hab den Panzer gekauft. Aber ich weiß gar nicht, ob der funktioniert. Was? Wie konntest du den Panzer kaufen? Mit E-Rex. Hä? Wie viel kriegst du raus? Ich weiß nicht. Du hast irgendwie Pension, oder? Ich muss den Panzer kaufen. Das brauche ich. Junge, hey, es dauert mal, bis ich fahre. Warum? Wir haben doch Rückspitzhacken. Das geht ja voll schnell. Dauert trotzdem lange. Auf. Bitte, Alfa. Bitte lass mich fahren. Bitte. Okay, okay. Mach ruhig. Oh mein Gott. Guck mal rüber. Okay, wie funktioniert das? Kann ich schießen? Alter, nein. Nein. Geh weg mit dem Panzer. Geh weg mit dem Panzer. Bitte, 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 bitte. Geh weg mit dem Panzer. Wir öffnen sich auch mal die Silventar. Sag. Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Irgendwie muss ich das tanken, das Ding. Ja, du musst deine Taste drücken. Ich weiß nicht, welche. Ah, hab's er. Du ehrenlose Ente. Hä? Nein, bitte. Bitte. Es war tanken. Hab Gnade. Hab Gnade, bitte. Junge, das ist ein Panzer. So, nicht repaaren. Übertreib halt. Aha, hier gibt es irgendwas. Okay. Oh mein Gott. Was habe ich gemacht? Warte. Hey, ich habe mal geschossen. Wie? Warum ist dir gerade nichts kaputt gegangen? Hä? Funktioniert irgendwie nicht. Hä? Das explodiert nur bei mir. Hä? Ja, bei mir war das auch mal so. Hä, schieß doch mal. Hä, hab ich keine Mutti mehr, oder was? Nein, nicht nach vorne rollen. Nicht nach vorne rollen. Hör auf. Der Mutti ist da. Okay. Traf ich nicht. Wohin schießt der Mann? Weiß auch nicht. Roll, kick dir mal. Leute, wenn ihr Ahnung von der Pflanze habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ihr seht, ich kriege da gerade irgendwie nichts hin. Ah, ich muss zielen. Nein, wo wurde der Mann? Nein. Ah, nein. War gekickt. Nein, der Perle nicht getroffen. Das war es. Das war ein... Ich hab wegen Fly gekickt. Warum? Womit bist du geflogen? In der Rüstung. Als ob du fliegen kannst. Was geht? Hau an. Guck mal, dass ich kein Schwert habe. Nein. Der Blazerswehr. Ja, komm, komm. Lol, ich hab Pleinness. Lol. Nein, wie kannst du überleben? Das kann ich sein. Ich hab dir dein Schwert ab. Ich seh zwar nichts mehr, aber ich hab dir dein Schwert abgetrunken. Lol, ich kann nicht durchgehen. Seh, egal wo du bist. Hä? Hä? Ha, ha, ha. Wo bist du, hä? Junge, da ist der Pleinness. Ey, hör auf. Warte. Ich glaub... Lol, Leute, wie viel Damage machst du mir? Warte. Die Waffe ist leer. Nee. Ha, ha. Was geht? Oh, es ist nicht mehr. Es ist nicht mehr. Seid nicht. Ich seh nichts. Ha, ha. Warum bist du so frech? Was geht? Junge, jetzt hab ich dich in der Hand. Was bringt dir das? Ich seh gar nichts mehr. Was? Ich seh nichts mehr, Ente. Ja, das geht weg. Ich hatte das auch gerade. Das geht richtig lange irgendwie. Hey, du hast mich auch gerade im Dampf geschlagen. Nein. Gewinnt doch. Ey. Nein. Ja, ich geb dir das so aus. Beruhig dich. Ich kauf gerade ein. Was kaufst du ein? Panzer. Ja, mach. Ich lass dich. Du musst doch abbauen dafür. Ja, ja. Genug Zeit. Ich mach nichts. Ey. Ich steh hier nur. Ich steh hier nur. Wirklich. Junge, was machst du? Ente, ich steh hier nur. Sag's dir. Warum? 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 Was ist nötig? Was ist nötig? Wie viele Herzen hast du noch? Ey, noch voll viele. Mann, wieso bist du so stark? Das ist unfair. Was willst du? Okay, wir brauchen irgendwie... Was willst du tun? Wir haben doch so... Was willst du tun? Ja, du wirst sehen, du wirst sehen. Okay, wir müssen das nächste Folgen besser strukturieren. Ich mach mir dann... Wir haben so ein Security-Mod auch. Dann können wir so ein Base machen, wo man gar nicht reinkommt und so. Dann werden wir gesehen. Mal gucken, wie sich das entwickelt hier alle. Das ist so unfair. Was geht? Was geht? Hast du... Oh, du hast ein Panzer. Aber der funktioniert nicht, oder? Ich weiß nicht. Wenn der jetzt funktioniert, dann weiß er es. Ey, ich hab eine Explosion gehört. Hat's geklappt? Hey, nee, der ballert auf mich selber. Oh, zum Glück. Warum ist das so? Meine Leute, habt ihr eine Ahnung? Schreib es bitte in die Kommentare, wenn ihr es wisst, warum das so ist. So, jetzt hole ich mal ganz viele davon. Oh, wie viel kann ich davon holen? Richtig viel. Zeh, der fährt runter. Hey, Panzer. Alter, ich muss hier ein bisschen Schutz gegen Ente kaufen. Was geht? Spaß, natürlich nicht. Ich kaufe nur Sachen für dich, um nicht... Ey, bitte. Hallo. Ich hab gar nichts vor. Hallo. Hey, ich auch nicht. Ich lauf nur rum. Ich lauf auch nur rum. Guck mal, mein Gesicht ist weg. Ich hab kein Gesicht mehr. Bitte. Hä, wo ist dein Gesicht denn? Es ist weg. Gib mir den Helm her. Okay, ich geb den Helm. Warte, Ente. Du hast einen Bogen, gib den her. Ich geb dir den Bogen. Ich geb dir meinen Helm. Danke. Oh, lol. Wie viele Emeralds hast du? Warte, wo hast du zwei... Du hast über zwei Stacks... Au, du hast über zwei Stacks dabei. Junge, labba nicht. Woher hast du die? Labba nicht. Warum bist du ein Schlagmann? Hä, wo hast du so viele Emeralds? Ey, du hast mal alle meine Cases geklaut. Gar nicht. Wie viele Herzen hast du, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, viele. Ich hab gute Rüstung. Lol. Yeah. Ja, ich hab mich besiegt, Leute. Oha. Oha, Alter. Meine Chance, meine Chance, meine Chance. Dein Ernst, Junge? Dumme Ente. Ja. Es tut mir leid, Bro. Es tut mir leid. Ich mach sowas nie wieder. Wirklich. Mach mich fertig. Ich mach sowas nie wieder. Du kannst mir vertrauen. Ich mach sowas nie wieder. Wirklich. Wirklich. Du bist der Beste. Du bist der Beste. Juri, du hast mich grad gekillt. Hab ich nicht. Es war ein Bug. Ey, was ist ein Bug, Alter? Es war nicht gewollt, Ente. Es war nicht gewollt. Boah, ich hab 19 Cases. 19? Ja, du hast auch alle meine geklaut, Mann. Kein Wunder. Ja, natürlich. Mann, Ernst, du bist so uncool. Ich weiß, du bist richtig cool. Ey, ich hab das gehört. Ja, hast du nicht. Au. Lol. Oha, Junge. Was? Jetzt überlebst du das? Ja, natürlich. Warum? Das ist nicht wahr. Warum überlebst du das? Lol. Was war's? Raketwerfer. Warum hast du den? Warte mal, ich hab einen Bohrer. Ja, benutze den. Alles gut. Ich lass dich alles machen, was du willst. Hey, damit kann ich gar nichts abbauen. Warum nicht? Oha, guck mal, wie schnell das geht. Lol, krass. Au. Lol, wie viel. Du hast mich grad übersehen. Ich bin vergiftet. Junge. Au. Junge, du drückst mir so viel. Hör auf. Warum überlebst du alles? Wie viele Herzen hast du? Voll? Äh, nee. Sag ehrlich. Nee, ich hab nicht volle Herzen. Wie viele hast du? Äh, fünf. Okay, ich vertraue dir. Alter. Was geht? Bitte, ich hab nur nichts getan. Ich hab nichts getan. Komm zu dir. Lol. Oha. Oha. Lol, wie viele Emeralds hast du? Ich hab keine. Junge, du hast über... Ich komm nicht runter. Warte, du bist so krass. Ich steig die ganze Zeit. Hallo. Ja, Helps. Nein, ich komm nicht runter. Jetzt auf einmal. Hä? Komm her. Warum hast du so viele Emeralds? Woher? Weiß ich nicht. Sag doch, woher hast du so viele? Junge, du hast so... Ich hab den gleichen Job wie du. Guck doch. Hey, warte. Guck in meinen Job. Ich hab den gleichen wie du. Guck rein. Guck. Guck. Warte. Guck. Hä? Nein. Yeah. Nein, ich hab meinen Job besiegt. Aber ich glaube, den Respawn. Du freche Ente. Jetzt hast du gar nichts mehr. Jetzt hast du nichts mehr. Mit welcher Rüstung konntest du fliegen, hä? Äh, sag ich nicht. Ich kann fliegen. Das war's. Yeah. No. Warum hast du das? Ich hab mein eigenes Bett abgebaut. Egal. Funktioniert nicht mehr. Egal. Letzte Chance. Bitte hast du nichts mehr erinnert. Bitte. Nein, 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 nein. Was wolltest du eben machen? Egal, mein Bett ist ich schon ab. Aber kein Ding, Bro. Das Ding funktioniert nicht. Da bin ich mir sicher, dass es nicht klappt. Äh, ich weiß nicht. Was geht? Bitte hilf mir. Panzer, bitte hilf mir. Das war's jetzt ehrlich. Wo bist du? Ich sag, wir werden Freunde. Aber irgendwie... Weiß ich, du hast dich verändert. Hä? Hä? No. Yeah, besiegt. Wie? Ich muss dir was zeigen, Mann. Wie, du musst dir was zeigen? Was denn? Zeig doch. Schau dir mal das. Und ich kann aus einem Diamant einfach mehr Tiers als ein Machband. Niemals, Ente. Natürlich mit meiner OP-Glückschwitz. Normalerweise muss da ein Diamant rauskommen. Aber wie viele werden da jetzt rauskommen? Du sagst, da kommen mehr oder was? Und? Wie viele waren das? Elf Stück. Elf Stück? Was hast du da für eine Spitzagente? Ente. Das ist eine wahre Gelddruckmaschine. Schau mal. Ich bin reich, Mann. Hey, wo hast du die her? Ich will auch Diamant mit. Oha, ich kriege ja richtig viele ab. Ich habe schon 24. Ente, ich will die auch. Ja, da müssen wir so einen neuen Spielbundenspieler. Kann man die gewinnen, Mann. Halt auf, dann lasse ich unbedingt kicken. Ich will jetzt aufspielen. Let's go. Leute, wo sind wir? Guck mal hier in die Kiste. Was ist das für eine Spitzagente? Oh, die haben Glück 1, Glück 5, Glück 10, Glück 20 und so weit. Das geht immer weiter nach oben bis Glück 9, 9, 9, 9, 9. Oh, oh. Ja, ich sehe. Und hier sind jetzt Erz, oder was? Ah, das haben wir doch schon mal so ähnlich gespielt. Der, der jetzt mehr Diamanten hat, wird dann hier das bessere Item gewinnen, oder? Ja, guck mal. Dann kriegt man drei Epic-Mega-Loot-Cases. Deswegen jetzt, wir fangen jetzt mit dem Glück 1, Spitzagten, okay? Let's go. Fange an, Kuppel, bau ab. Mal gucken, wie viele du kriegst. Nein, nur einer. Nur einer. Oh, hallo, Leute, da habe ich eine richtig gute Chance. Ich habe eh nur Glück 1. So, und let's go, kommt schon. Hier, ich habe mehr als ein, ich habe zwei. Unfair, Mann. Nice, man, dann darf ich hier die besseren Kisten nehmen, Leute. Schaut euch das ein, jetzt habe ich einen besseren Loot bekommen. Let's go, schaut ihr an, was ich hier alles rauskriege. Nice, Rüstung, Schwert, Spitzacke. Ein Schwert. Oh, aber das war die Glück 1, Spitzacke. So, jetzt würde ich sagen, lass die Glück 5, Spitzacke nehmen. Und hier geht es auch direkt weiter mit Kohle. Oh, oh, was kriegt der Gewinner? Oh, der Gewinner kriegt so ein richtig starkes Schwert. Nice, Mann. Okay, dann kannst du anfangen. Let's go. Viel Glück. Oh, oh, da sind richtig viele rausgekommen, oder? Und nochmal. Oh, oh, oh. Sieben Kohle. Sieben Kohle insgesamt. Okay, Leute. Dann bin jetzt ich dran. Bitte, ich brauche mehr als sieben. Komm schon. Oh, das sieht schon nach richtig viel aus. Ich habe schon 5 Stück, Ente. Oh, oh. Nein, bitte, bitte, bitte. Bitte, da müssen jetzt mindestens 3 rauskommen, Leute. Komm schon. Oh, die anderen sind nach 4. Ich habe 11 Stück, Ente. Unfair. Oha, ich habe richtig viele bekommen, Leute. Was geht hier ab? Was kriege ich jetzt? Das Regenbundschwert. Komm, das ist ein Tierschwert. Das bringt mir gar nichts. Doch, ein Tierschwert ist auch gut. Oha, Leute. Wie krass. Das war ja bis jetzt richtig gut für mich. So, Ente. Diesmal fange ich an. Okay. So, mit Glück 10, würde ich sagen. Okay. So, Leute. Glück 10, Spitzacke. Ich bin bereit. Ich fange mit dem ersten Rumble an. Und zack. Komm schon. Ich brauche... Nein. Ich habe nur einen bekommen. Das kann ich. Warum nur ein Stück, Leute? Ich brauche viel mehr. Unlucky, Mann. Sonst werde ich das niemals gewinnen, Leute. Bitte. Jetzt brauche ich mehr als einen. Komm schon. Oh, das sieht nach vielen aus. Und das sind... Nein, das waren auch nur 4 Stück. Leute, bitte. Ich muss jetzt richtig viel Glück haben. Komm schon. Ente muss gleich richtig Pech haben. Oh, das sieht nach richtig vielen aus. Und ich habe insgesamt 16 Stück. Jetzt fange ich an. Let's go. Ja, auch nur eine. Nice. Und, oh, da waren noch nicht viele. Oh, 2, 3, Mann. Hey, das waren 6 Stück. Warum hast du so fixiert? Hä? Ich habe 16 Stück bekommen. Mit Glück 10, Spitzacke, ne? Halt's auf, Leute. Weil mir lief ja richtig so. Droppe ich hier wieder alles weg. Und ich kriege hier die 3 Titan Cases. So, können wir aufmachen. Was kriegen wir? Schuhe? Schwert? Oha. 21 Tech. Oha, das ist, glaube ich, das ist jetzt mein stärkstes Schwert. Nee, hier 23. Stark. Und wieder ein bisschen Rüstung und eine Spitzacke und so weiter. Oha, aber es wird jetzt immer besser, Ente. So, das waren die Glück 10, Spitzacke. Jetzt geht es weiter mit deinem Glück. Level 20, Spitzacke. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich fange an. Du willst anfangen. Okay, viel Glück, Ente. Komm schon. Komm her. Oha. Wie viele sind das? 2, 6 und 8 Stück Lappen. Nein, Leute, ich muss jetzt richtig viel Glück haben. Sonst werde ich das jetzt verlieren. Bitte, bitte, bitte. Bitte kriege ich nicht nur 10 Stück raus, Leute. Ich werde es versuchen. Es kommt jetzt auf alles an. 3, 2, 1 und let's go. Komm schon. Oh, das sieht doch viel aus. Das müssen, bitte. Oh, wie viel? Schau mal. Bitte, das müssen wir in 2 Stacks sein. Komm schon. Und. Nein, ich habe nur 1 Stack und 26. Ja, Mann, endlich habe ich gewonnen. Ich kriege einen Spektrain-Bogen. Wie, war da einer drin oder was? Oh, oh. Ja, Mann. Es hat Regenbogenbogen. Ich habe nur den Diamantbogen. Oha, nein, das sieht viel krasser aus als meiner. Ja, Mann, das ist das. Kriegen wir dieser Diamantbogen hier irgendwas? Ich glaube, der ist auch gut, Leute. Hoffe ich mal. Aber, Leute, ich muss jetzt langsam wieder gewinnen, sonst werde ich das Betten gleich verlieren. Oh, oh. So, nächste Glücksspitzacke. Welche ist das? Die Level 50er, Ente. Oha, Mann. Das kann man im normalen Minecraft, glaube ich, gar nicht kriegen. Aber hier schon, Ente, bist du bereit? Ja, Mann, soll ich anfangen ohne Trug? Ja, fang du an, Ente, wie du willst. Und? Let's go. Oh, oh, wie viele? Nur 38 Stück. Nur 38. Ja, Leute, ich habe eine Chance. Ich kann das gewinnen, Leute. Bitte. Da müssen jetzt so viele rauskommen. Es muss funktionieren. Nein, Ente, ich habe, glaube ich, schon wieder verloren. 4 Stück. 4. Ja, geh geh an. Mit Glück Level 50. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Warum habe ich nur 4 Stück bekommen? Meine Cases. Ich hatte einfach Unglück im Unglück. Oh, ein schlechtes Schwert. Äh, andersrum. Was rede ich da? Egal. Was? Du hast Rüstung bekommen? Und ein Schwert oder alles? Nee, nur ein schlechtes Schwert. Oh, oh, Leute. Das wird, glaube ich, richtig schwer, noch das zu gewinnen. Für mich ist ein guter Bogen hier. Womit du lernst zu fliegen. Hau auf, Ente. Hey, dich treffen. Komm her. Muss schnell weitergehen, Leute. Oh, oh, jetzt kommen wir zwei in dir. Oh, dann hat man mehr Chance zu gewinnen, oder? Eigentlich schon, ne? Weil jetzt kommt die Glück-Level-100-Spitzacke. Nimm die schon mal in die Hand, Ente. Soll ich diesmal wieder anfangen? Ja, kannst du. Leute, ich muss jetzt so viel Glück haben. Komm schon. Ich fange mit der ersten an. Und zack. Wie viel kriege ich hier raus? 53. Aus einem Diamant. Ernst? Krass. Und jetzt kommt der nächste. Komm schon, ein bisschen zwei Stacks oder so raus. Komm, bitte. Nein. Ich habe, glaube ich, ich habe insgesamt nicht mal einen Stack, Ente. Ich habe nur 60 Stück. Was? Dein Ernst? Mann, das ist ja gar nichts. Oh, Leute. Ich glaube, ich werde das Battle wirklich verlieren, Leute. Es wird langsam klappen. Ich habe nur noch drei Spitzhacken gleich. Ente, du bist dran. So, dann mache ich es mal. Viel Glück, Kumpel. Ich mache erst mal meinen Glückstanz. Hoffentlich bringt es mal. Mein Glückstanz bringt gar nichts, Ente. Hör auf damit. Und, let's go. Oh, nein. Das sieht doch richtig viel aus. Oh, oh, oh. Ente, nein. Der hat ja komplett Glück, Leute. Was ist los? Drei Stacks und zehn Bande. Nein, Leute. Ich bin jetzt komplett hier der Loser. Das kann nicht wahr sein. Sag doch einmal, dass mein Glückstanz nichts bringt. Dann werde ich halt auch gleich den Glückstanz machen, Leute. Irgendwie hat der Meldet. Nein, ich kriege ein normales Schild. Was hast du für ein Schild bekommen? Ein Regenbogen-Schild. Also, ob du ein Regenbogen-Schild hast. Nein, Leute. Das ist komplett OP. Das kann man, glaube ich, gar nicht kaputt machen, oder? Das ist richtig krass. Ja, Mann. Und wir haben hier wirklich nur noch drei Level-Ente. Es wird immer knapper. Wir kommen langsam zum Finale. So, Level 500. Oh, hi. Ihr müsst jetzt richtig wieder rauskommen. Ein Emerald und ein Diamant, Leute. Womit fange ich an? Warte, leg die anderen Diamanten zurück. Willst du diesmal anfangen, Ente? Ja, aber warte, ich leg mal einen alten Diast da rein. Warte, ich mache schon mal hier meinen Tanz. So, den Glückstanz, Leute. Ich muss das hier gleich gewinnen. Oh, Ente, bau schon ab. Oh, ho, ho. Wie viele war das denn? Weiß 66 Diamanten. Und? Okay, und wie viele Emeralds? Oh, 26. Nur sieht nicht gut aus. So, Leute. Wer jetzt von beiden insgesamt mehr hat, der hat gewonnen. So, womit fange ich an? Mit dem Emerald, Ente. Oh, komm schon. Nein. Wie viele Emeralds hast du, Ente? Nur 26 Stück. Ja, ich habe 49. So, Leute. Hier habe ich schon mal mehr Glück. Jetzt brauche ich nur noch bei den Diamanten richtig viele. Boah, du brauchst fast drei Stacks, Bro, dass du gewinnt. Nein, das kriege ich doch niemals, Leute. Glück, 500. Warte, ich mache ja noch extra den Tanz und so. Komm schon, Leute. Ich muss richtig viele Diast gewinnen. Bitte, 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 bitte. Leute, ich glaube, ich habe jetzt genug getanzt. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. So, 3, 2, 1. Let's go. Komm schon. Und? Oh, oh. Was, Mann? Boah, das sieht doch richtig viel aus, Leute. Ich glaube. Wie viel ist das? Ein Stack. Und weiter. Und? Oh, komm schon. Ich glaube, über zwei Stacks. Und? Und? Ich habe fast drei Stacks, Ente. Aber wie viel hast du genau? Zwei Stacks und 53. Warte mal. Ich habe zwei Stacks und 60. Aber du hast 26 Abrams. Das heißt, du hast knapp gewonnen, Leute. Ich habe gewonnen, Leute. Endlich mal wieder eine Runde. Komm schon. Diesmal muss ich was krasses kriegen. Okay, Loot Cases. Bin ich damit einverstanden? Ist okay, Leute, glaube ich. Aber, Mann. Ich hätte mir bessere Rüstung oder so gewünscht. Obwohl, ich glaube, dann kriege ich gerade eine gute Rüstung. Ich glaube, mit der kann ich hier auch fliegen, oder? Nein, leider nicht. Aber okay, Ente. Jetzt kommt die Glücksspitzhacke Level 1000. Wow, nice, Mann. Oh, oh. Soll ich diesmal wieder anfangen? So, was wird man hier überhaupt gewinnen? Entweder drei normale Äpfel oder ein OP-Goldapfel. Ne, kurz mal da erst wieder rein. Ja, kannst du machen. So, ich fange diesmal an. Hier mit meinem OP-Tanz. Komm schon. Ich habe eben gerade wirklich was gebracht. Vielleicht diesmal auch. Okay, Leute. Drei, zwei, eins. Erstens. Und hier, Mann. Bitte, bring mir Glück. Oha, wie viele sind das? Mann, ich muss mal mein Metall hier ein bisschen kurz leer machen. Moment, ich schmeiße hier halt einen Spitzhacken weg. Und jetzt bin ich gespannt. Wird mein ganz Inventar voll, oder nicht? Oh, oh. Oha, warte mal. Wie viele Stacks sind das, bitte? 13 Stacks und 56. Hier, Mann. Und wir haben noch einen zweiten Dir. Oh, oh. Let's go. Mach den auf einfach. Ich bin bereit. So, noch eine Glück-Einsspitzhacke. Äh, warte. Welche war das nochmal? Hier, die Glück-Tausende. So, jetzt habe ich die wieder. Und komm schon. Zweite Runde, bitte. Oh, das waren glaube ich viel weniger. Das waren viel weniger. Oh, nein. Leute, das waren glaube ich jetzt so vier Stacks oder so. Ich muss gleich nochmal zählen. So, Ente, du bist dran. Viel Glück. Let's go. Oh, oh. Oh, Ente, das sieht... Oh, oh. Ich glaube, du hast viel weniger. Oh, ich habe abgelost, aber des Todes, Mann. Wie viele Stacks hast du? Nicht mal sechs Stück. Was? Also, so wenig. Guck mal, wie viel ich habe, Ente. Oh, guck mal. Ey, guck mal, ich habe auch weniger viel. Nein, 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 Ente. Das war meine. Das heißt, ich habe gewonnen. Ich nehme den OP-Goldapfel. Der könnte mich vielleicht gleich beim Kampf retten, Leute. Och, Mann. Und jetzt kommt das Finale. Glück 9, 9, 9, 9, 9, 9. Spitzhacke, bist du bereit? Gleich. Ich bin da. Soll ich diesmal anfangen? Komm, ich bau den ersten ab. Komm schon, bitte. Oha. Oh, mein Minecraft freest, Mann. Leute, ich habe einfach ein Standbild. Es passiert dir nichts. Wer seht ihr das? Oh, oh. Guck mal, wie viele da liegen, Ente. Ich habe, glaube ich, gewonnen, oder? Was, Mann. Das war nur der erste... Was, jetzt mache ich was? Ähm, äh, warte, Ente, noch. Wie können wir das jetzt am besten nachziehen? Warte, ich nehme diese riesen Diamantkiste. So, Leute, und dann lege ich jetzt so viel rein, wie ich reinlegen kann. Das soll kurz ein bisschen dauern. Und zack, Leute. Ich habe eine Diakiste komplett voll. Und noch hier ein kleines Stück. Und das war nur der erste. So, ich bau noch den zweiten ab. Und das sind wieder richtig viele. So, ich mache direkt die Kiste wieder voller. Hier mit Patrick. So, zack, zack. Alle sind drüben. So, liegen noch mehr. Und zack. Die ist auch was komplett voll. Oh, halt, jetzt bist du, glaube ich, dran. Let's go. Oh, oh, jetzt ist auch wieder komplett läng. Let's go. Nein. Oh, oh, Warte, ich helfe dir dabei. Ich mache die Kiste auch mal voll mit dir. Hier, zack. Und geht da alle rüber. So, das waren alle, oder? Aber es waren gar nicht so viele. Und jetzt die zweite Ladung. Oh, endlich. Ich glaube, es gibt eindeutigen Gewinner, oder? Ich glaube, das waren viel weniger als bei mir. Ich weiß, ich warte mal. Wir haben eine Kiste gerade erst mal voll. Und die zweite. Da ist gar nicht so viel. Wie viel hast du? Was? Ja, guck dir meine Kiste an. Ich habe aber zwei volle. Du hast eine und ganz wenig. Das heißt, ich habe wieder gewonnen und kriege... Wow, für zwei Kisten haben wir das gerade gemacht. Alter, egal, Alter, komm hier rüber. Das waren nicht mal gute Items. Nein. So, endlich. Ich habe meine stärksten Items rausgeholt. Ja, ich auch. Du hast ja gar nicht so viel Verrüstung, aber egal. Drei, zwei, eins. Let's go. Der Kampf beginnt, Ente. Oh, Gott, er begann das zweite Schild. Wer wird hier gewinnen? Komm schon, ohne den Mannpunkt. Der trifft, glaube ich, ganz gut. Geht das durch Schild, ey? Hey, holt das Team von vier Mann. Das geht sogar durch Schild, oder? Nein, doch nicht. Nein, das könnte schwer werden, Leute. Oh, oh. Ente macht auch viel Schaden. Ich muss aufpassen. Ist mein Schild so gut wie seins? Das weiß ich nicht. Aber komm schon, Ente. Ich hole mich hier jetzt trotzdem hier. Oha, was? Wie habe ich das geschafft? Nein. Ich habe nur Plural gekauft. Ich wollte es gerade zeigen. Wir haben hier neue Emeralds. Äh, neue Lucky Blöcke. Ah, wir müssen hier. Das ist zur Mitte, ne? Ja. Pass auf, Plural Blöcke. Ich muss zur Mitte. Oh mein Gott. Wir fliegen können. Ich will die Spitzhacke. Baust du schon rüber? Oder machst du Lucky Blöcke auf? Nein. Ja, ich baue noch Lucky Blöcke auf. Ich habe keine Blöcke. Du musst welche abbauen. Los. Was? Oder kannst du fliegen? Wenn du fliegen kannst, ist das eh Game Over für mich. Ey, warte. Ich habe, glaube ich, Blöcke. Nein. Warte, bitte, bitte. Ich brauche die Spitzhacke. Ey, Uru, du bist halt fast da. Ey, gar nicht. Komm, 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 komm. Wo ist die Mitte? Wo? Komm bitte. Was geht? Hast du die bekommen? Dein Ernst? Geh weg. Halt Abstand. Hä? Geh. Dein Ernst? Dein Ernst? Du kriegst die nicht. Warum? Nein, meine. Warum ist hier? Aha, das hatte ich aus. So. Jetzt habe ich sie auf jeden Fall schon mal gesaved. Alles gut. Wie geht's, Ente? Was geht? Äh, gut. Was geht? Oh mein Gott, direkt Blümerei, OP-Drop. Was? Abundböcke, lol. Dein Ernst? Ich brauche die Spitzhacke gar nicht mehr. Oh ja, holt du meine Abundböcke später, wenn du willst. Oh, OP-Drop. Nice. Ha, glückhaft. Komm her, du freche Ente. Komm her. Wie hast du geschockt? Nein. Hä? Den Bogen habe ich überlebt, aber das nicht. Das kann nicht sein. Nein, das kann ich nicht. Bitte, bitte lass mein Bett noch in Frieden, okay? Wir haben gerade das angefangen. Du kannst es hier wiederholen, okay? Wir haben das Video erst gerade bekommen. Bitte chill doch ein bisschen. Oh mein Gott. Was hast du von dir auch? Alter, mein ganzes Minecraft. Ich glaube, das schwindet gerade ab. Oh mein Gott, Leute. Was passiert? Wie seht ihr das? Es geht gar nichts bei mir. Ich kann mich nicht zu sehen. Oh mein Gott. Im Winter kommt nicht voll. Und hier liegt noch richtig viel. Ich schmeiß ein bisschen weg. Moment. Oha, wie viel habe ich gerade weggeschmissen? Das war gar nicht so schlau. So. Ente, geh weg. Ente, bitte. Achso, du willst ja dein Zeug noch holen, oder? Oh mein Gott, diese Spitzhacke ist so wertvoll. Oh mein Gott. Du willst gar nichts mehr wiederholen. Hey, bitte. Ja, ich kaufe neue. Alles gut, Artie. Du kannst meine Arties behalten. Kein Problem. Hey, du hattest die Spitzhacke nicht mit drüber genommen, oder was? Äh, nein. Ich habe gedacht, die liegt in dem Stuff drin. Ich habe mich schon gefreut, aber nein. Ich habe dir mal echt das geliebt, weil ich wusste, wo ist die Clown. Jura, als ob du so schlau bist. Natürlich. Ich habe studiert, habe alle Mathematik, Physik. Wie, du kommst jetzt rüber? Watze? Halbstein. Brauch nur... Oh, die ist so wertvoll. Wenn du mich einmal besiegst und ich eine Spitzhacke dabei habe, dann weiß ich. Dann bin ich rich, Mann. Ultra rich. So, jetzt craften wir einfach Emerald-Blocke. Let's go. Wie viele kann ich machen? Oh mein Gott. Was? Für schon mal einen Stack Emerald-Blocke. Ich habe ausgesucht. Oha. Jura, was machst du alles? Wie viele Emeralds hast du jetzt gesamt jetzt bekommen? So, meine ganze Edge ist voll. Jetzt erstmal entspannen und schöne Lucky Blöcke aufmachen. Du kannst ruhig die Emerald-Blocke bei mir abbauen, kein Problem. Echt jetzt? Ja, kannst du haben von mir aus. Aber mittelde ich nicht an, weil ich muss noch ein bisschen Items fahren und so. Okay. Leute, ihr seht es ja. Wir haben die Lucky Blöcke wieder zurück. Lucky Block Clays. Vielleicht habt ihr die schon vergessen. Ich weiß nicht. Plural. Mix und Clays. Jetzt mache ich den Clays Lucky Block auf, wo ihr seht, hier gibt es richtig viele Illuminate-Items. Und hier zum Beispiel ein richtig krankes Schwert. Wer ist das nochmal? Ich wusste den Namen nicht. So Penalty Sword. Was? Und es hat einfach eine Million Detektor mit Jura. Ist das eine Million? Äh, ich glaube ja. Was hast du vorher, Ente? Woher gehst du? Äh, gar nicht. Die Spitzhacke ist nicht in der Mitte. Nein. Hey, doch safe, oder? Nein, die Kiste ist leer. Hey, die ist halt wirklich leer. Ich habe die OP-Clays-Hose schon mal. Ente, geh weg. Du kannst dich nicht besiegen. Niemals. Also wenn du dich jetzt mit einem Treffer besiegen kannst. Loll. Loll. Nein, die Erwin-Blöcke. Nein, nochmal. Jetzt ist er noch weniger. Was hast du vor? Nicht. Äh. Warum? Ich will nur mit dir reden. Ey, ganz schnell. Das ist die Erwin-Blöcke. Du kannst die mitnehmen. Hinter. Ja, nimm die mit. Äh. Geh. Wie kommst du bei dir? Loll. Hä? Warum fliege ich? Ente. Bitte in der Rüstung. Ciao. Nein, ich werde gekickt, Mann. So. Lass mich. Ente. Bitte. Warum? Warum schlägst du? Du willst mich schlagen. Ich glaube, du das aushältst. Warum willst du mich schlagen? Einmal. Lass. Ich krieg dich. Nein, nein. Bleib schlägen. Nein, nein, nein. Beruhig dich bitte. Du dumme Ente. Lass. Ey. Wie kann man so stark sein? Ich weiß nicht. Ich habe eine Range, glaube ich. War es dein Ernst, Ente? Ja. Okay, das hat keine Range. Nein, nein, nein. Ist mir egal wie. Ich werde nicht zu. Bitte, nein. Nein. Hau dich ab. Nein, geh weg, bitte. Ich habe so Angst vor dir. Bitte, ich habe echt Angst vor dir auch. Bitte, Alfa. Hopp, hopp, hopp. Bitte. Du kennst mich. Ich bin der Schläger von der Klasse. Ja, lass mich, bitte. Du hast Stress angefangen und ich... Nein. Ey. Ja, bleib da bei dir. Ist mir egal jetzt. Ich habe all deine Items. Mach den. Ja, ist mir egal. Mach auf. Ich muss eh eine Lucky Block heute präsentieren. Der ist auch ab dem Schweben. Der lebt auch seinen Film. Halt einfach ab schon, okay? Okay. Lol, noch mehr Emulet-Blöcke. Junge, ich wollte euch den richtig beschenken. Woher? Kein Plan. Aus dem Mix, Lucky Block. Richtig viele Emulet-Blöcke. Oh mein Gott, mach den auch auf. Ich meine, mach den nicht auf. Ach so, soll ich den auch machen? Nein, nein, nein. Zeus-Boot. Oh mein Gott, die Zeus-Rüstung soll auch übel OP sein. Ich versuche mal alles daraus zu kriegen, was geht. Komm, weiter, weiter. Oh, wo bist du? Base. Bei deiner Base. Ja. Nicht mehr lange. Lol, au. Nein. Warum Bazooka? Oh mein Gott, du hast dich getroffen, zum Glück. Geh weg mit Bazookas. Nein, ich fliege wieder. Ich fliege wieder. Ey, ich werde gekickt. Lass diese Bazooka weg. Die kickt mich vom Server. Das ist unfair. Ey, ist doch gut. Nochmal Emul-Blöcke, Junge. Alter. Hat es Spaß gemacht. Gab es ein Update bei dem Lucky Block oder was? Warum habe ich so viele Emul-Blöcke? Das ist ja nicht mal normal. Viel zu heftig. Junge, wir haben heute eine heftige Spitzhacke und wir die alten Lucky Blöcke zurück. Findest du die eigentlich? Die alten? Voll nice. Die waren eigentlich immer heftig. Die haben wir damals rausgenommen, weil die gebackt haben mit anderen Lucky Blöcken zusammen. Aber jetzt funktioniert alles. Ich habe es hinbekommen. Dr. Alpha Popo hat alles hinbekommen, Leute. Oh mein Gott. Lol. Damit brauche ich meine Base zu. Ich habe unzerstömbare Blöcke, Ente. Echt jetzt? Unzerstömbare? Barrier-Blöcke oder was? Vielleicht. Ich weiß, was habe ich nicht lange angewickt. Hä? Ich will komplett in Zeus-Rüstung. Wie kriege ich komplette Zeus-Rüstung? Woher kommt die Zeus-Rüstung? Mixed Lucky Blöcke. Ich will die mal heute kriegen. Ich habe schon fast die ganze Rüstung. Es fehlt nicht mehr viel. Ey, man kann alles außer fliegen, ernsthaft. Mein Gott. Boah, diese 10 Tickets brauche ich nicht. Mixed Hose. Ich will aber die Zeus. Jemand hat mal geschrieben, die soll so gut wie Shade sein. Dave. Das wäre natürlich richtig gut. Äh, Ente. Ja? Oh mein Gott. Lol, was passiert gerade? Was ist gerade passiert? Nein, der Villager. Nein. Der Villager ist weg. Du hast ihn weggebracht. Nein. Ich vergifte. Ich habe wieder das getan. Alter, bei mir ist gerade alles kaputt gegangen. Übertreib halt. Bei mir auch. Der arme Mann, der war nicht so jung. Ja, Mann. Ein roh. Die haben die Blöcke, Junge. Der Lucky Block ist eigentlich so krass. Komm. Oh, wieder Obsidian. Gib mir mehr, bitte. Oh. Redemption's Pades. Oh nein, wieder Obsidian Blöcke. Ich glaube, das war es mit meiner Lucky Blöcke, oder? Ist der denn schon weg? Ja, der ist komplett weg. Hey, RIP. Oh, P-Drop. Beim Plural. Nochmal Ambulenblöcke. Ey, wir haben heute so viele Ambulenblöcke. Das ist unglaublich. So, wie viel willst du noch haben? Die bringen dir gar nichts mehr. Obwohl, hier ist ein anderer Drop. Die Axe ist aber auch neu. Ich kenne die gar nicht. Ja, hat sie Plural in der Update? Kann sein. Soll. Das ist eine neue Axt. Mal gucken. Und hier. Oh. Ich kann aber immer noch nicht fliegen. Das ist ein Witz. Leute, guckt mal, wer wieder da ist. Der Villager mit Ende. Was geht? Was geht? Das kauft mir wieder ein. So, weg mit diesen Blöcken. Das brauche ich nicht. So, holen wir hier kurz Cash Out Ambulenblöcke. Let's go. Wie viel? Ey, ich will nichts. Ich will die Zeugsrüstung. Bitte. Negative Diamant. Matemiel. Was? Leute, das sieht richtig cool aus. Ich glaube, ich kenne das noch von damals. Ah, weg mit dem Müll. Das will ich nicht. Ey, Teil Abstand. Ich bin doch weg. Ich habe jetzt eine OP-Bugel. Du hast gar keine Schocks mehr gegen mich. Nein, au. Du hast überlebt. Okay, ist ja nicht OP. Irgendwie will ich die Zeugs. Komm. Ey, guck mal, wie viele Emeralds ich habe. Oha, ich kriege richtig heftige Items. OP-Clazebau. Überlebst du den? Au. Selbst den überlebst du, Mann. Ja, hör auf. Hehe. Mixed Material. Oh, hier ist das Richtige. Da gibt es ja mehrere. Mann, mit den Zeugsrüstern. Mir fehlt nicht mehr viel Hose. Und? Oh, was ist das? Schuhe. Ey. Oh, Schwammmaske. Du hast verloren. Nein. Ey, Gardea. Hehehe. Junge, ich bin runtergefallen. runtergefallen. Angst auf. Oh mein Gott. Alter. Wirklich? Die Axt ist aber wirklich neu. Und die macht einen Blitz. Was war das für eine Axt gerade? Ich habe die gar nicht gesehen. Junge, Lightning-Inspect. Die macht einfach Blitze. Richtig cool. Junge, was war das für eine Axt? Ich habe die noch nie gesehen. Hehehe. Keine Ahnung. Das ist richtig heftig. Ey, ich habe gar nichts mehr. Mit Schwammmaske bin ich jetzt ja auch noch unbesiegbar. Ich habe gar nichts mehr. Hallo. Ich bin ab. Geh einkaufen im Shop. Ich habe keinen Shop mehr. Oh, äh, geh bei mir einkaufen. Oh, noch mal der Bogen. Ach, wer kommt denn da? Hallo, ey. Hehehe. Ja, das ist gleich für einkaufen. Noch nicht. Halt, warte noch ein bisschen. Junge, warum jetzt? So, Emerald. Oh, ich kann die Mitte wieder reparieren. So, mach mir kurz alles frisch. Damit du auch wieder ein paar Emeralds haben kannst. Weil ich habe eh zu wenig. So, Mitte wieder komplett. Emerald. Hehehe. Holz. Nice. Oh, da ist ja Lucky Block, dass du Holz gibst. Wenn man viele Lucky Blocke geben kann, Holz, dann kann man keine Werkbank machen und so. Dann kann man nichts craften. Eigentlich voll blöd. Ach, ich kriege die Rüstung nicht. Was machst du bei dem Shop? Ich kaufe. Habe ich dir erlaubt, hier hinzugehen? Natürlich. Ich weiß. Habe ich dir erlaubt, hier nach die Becke aufzumachen? Nein. Geh. Okay. Warum schießt du? Äh, was? Negativ Diamant. Chestplate. Ach, ich gebe mich dem hier noch ein paar Versuche. Wenn ich jetzt nicht mehr in die Hose kriege oder so. Warte, ich habe doch Zeugs mit dem Spiel oder nicht. Das ist es doch. Oh mein Gott, ich habe schon mal nachgedacht. Ich habe es ja, lol. Du kannst das nachdenken? Natürlich kann ich denken. Was geht? Du freche Ente, du frechdachs. Ich habe dir in die Mitte gegeben. Äh, nein, da ist doch wieder. Oh, nicht schon wieder. Und das war der Dank. So, ich mache jetzt komplette Rüstung. Was habe ich getan? Du hast dich abgeschossen. Warum? Gar nicht. Komplette Zeus-Rüstung. Gibt es ein Zeus-Schwert? Mal gucken. Bitte. Nein. Oh, warte, ich gucke noch mal. Ist da noch mehr? Nee, nur das. Egal. Mit der kann man nicht fliegen. Okay, Dolce, Maske. Let's go. Hehe. Ende, Ende, Ende. Ey. Ja, okay, bevor ich das hier alles beende. Ich will kurz, dass du was magst. Du bist mein Testobjekt. Was denn? Für? Äh, hier an dem D-Spitzacke. Oh, ein Emerald-Block. Junge, mein Minecraft-Spiel ist danach. Ich kann es nicht machen. Bauen wir den Block unter dir ab. Junge, mein PC geht kaputt davon. Mach. Nein. Bitte, mein PC geht wirklich davon kaputt. Ich schwör's dir. Willst du es wirklich? Lass es das tun. Aber ich mach das nur, wenn alle einen Like da lassen. Lass einen Like da, Leute. Ja, Mann. Warte, ruhig, ruhig. Warte, ich muss hier ein bisschen T-T... Ah. Warte, warte, warte. Ich muss hier kurz ein bisschen T-T-Einsetz sehen. Weil wir fallen gleich Silvester, ne? Hä? Ja, Mann. Vielleicht gibt es so eine schöne, viele Emeralds. Das ist ja voll eine schöne Feier und so. Äh, ja. Ja, okay. Ey, wo gehst du? Hä, dir woher? Stehen bleiben. Was? Lass dich weitergehen. Wo bin ich denn? Unter mir. Hä? Ah, ich bin da oben. Hilfe. Geh so bitte. Los. Geh, geh, geh. Ich warte aber nicht. Geh. Nein, okay. Okay, ja, ich geh so. Der Bett ist schon ab. Was? Ja. Los, Max. Du weißt, wenn ich jetzt draufgehe, bin ich raus. Deswegen, bau ab. Oh, nein. Aber einen sicheren, wo du nicht runterfliegst. Bitte. Los, mach. Bitte. Jetzt. Yalla. Alter. 3, 2, 1. No. Ende. Ja, okay. Ich mach. Ich mach schon. Beruhig dich. No. Ey, ja. Ich mach. Bereit. No. Oh, mein Gott. Oh, mein PC. Mein PC fließt. Mein PC fließt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich glaube, es geht langsam wieder. Habt ihr schon mal so viele Emeralds gesehen, wie ihr gerade eben wart? Manche sind runtergefallen. Na, Unsinn. Ey, das sind viel zu viele. Danke, Ente. Ehre, Mann. Ey, komm, oben. Oh, mein Gott. Da, und Ente ist da mit, Ente. Ich weiß, es war Spaß. Aber jetzt. Ey, du hast mich noch... Ey, du hast mich noch... Nein, nein, bitte. Mach das aus. Mach das aus. Nein. Nein, bitte. Nicht mein Bett. Nein. Ey, ich bin draufgegangen durch die Explosion. No, mein Bett weg. Alles. Ich hab hier schon aufgeräumt. Alter. Ich bin... Hä? Ich wollte doch einfach zu reden. Schon wiederkommen, Ente, Mann. Was geht? Junge, Alfa, was geht? Alter, ich hab neues Spiel, Bro. Wie, du hast neues Spiel? Schon wieder? Ja, Junge, Alter. Das ist voll heftig, Junge. Hey, wir haben doch erst vor kurzem was richtig Cooles gespielt. Hast du jetzt neues Spiel? Ja, aber das ist viel cooler. Da kannst du, glaube ich, richtig viel absahnen, Mann. Was? Richtig viele Diamanten? Können wir da verlieren? Ja, und zwar, das ist so krasse Spitzhacken. Du baust dann ab, Junge. So Glücksspitzhacken. Spitzhacken. Eins, auf. Davon habe ich schon ein paar Videos gemacht. Oh, mein Gott. Ich will das Spiel in ein Gelaster hingehen, okay? Let's go. Da lang, Alfa. Let's go. Auf geht's. Hey, sind ihr beim Spiel angekommen, oder was? Ja, warte mal. Guck mal. Ja, warte mal, das ist ein Spiel. Oha, guck mal, wie viele Dias hier sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und zwar nimmst du dann eine Spitzhacken und baust drauf los, Junge. Hey, brauchst du die eine Spitzhacken von in der Kiste? Oh, eine Kiste. Warte mal, was ist das für eine? Oh, die hat Glück 10. Das ist ja richtig OP. Ja, das ist voll krass. Okay, und wir müssen jetzt machen, wer mehr Dias hat. Der kriegt dann am Ende eine Belohnung. Und der hat gewonnen, der kriegt die ganzen Dias. Was? Die ganzen Dias? Das kann ja nicht sein, Mann. Doch, der, der jetzt mehr hat, wird die ganzen Dias kriegen. Let's go. Kannst du deine bauen? Nein, gehen zu deiner Seite. Denn Leute, wir machen heute so einen krassen Spielmodus. Am Ende werden die auch kämpfen. So, ich hab schon 17 Dias. Ich mach weiter. Was ist das Ding? Warum hast du so viel Glück? 21. So, 24. Hä, hast du schon jetzt weniger? Ja, Mann. Wie viel hast du? Meine kann gar nichts. Die ist voll schlecht. Ich hab 33 Dias. Sag, wie viel hast du? Was, ich hab 21. Alles, was ich hier bin. Oha, du musst mir alle abgeben, Ente. Warum bist du so ein Lacker? Ich weiß nicht. Los, her damit. Ja, nimm mal, Mann. Nächstes Mal gewinnen. Oha, 54 Diamanten. Let's go. Hä? Guck mal, jetzt kommt hier ein Emerald. Aber ich wollte Dias haben. Ja, am Ende im Pech. Es geht weiter. So, was ist hier? Hä? Level 50. Level 50. 50 ist schon heftig. Alter, es wird jetzt richtig viel, Leute. So was gibt es eigentlich nicht in normalen Minecraft. Aber wir haben uns das mit einem Combat geholt. Ente, bist du bereit für die Emerald-Runde? Bereit. Oha, okay. Soll ich zuerst machen oder du? Okay, mach erst mal du. Mach du. Okay, dann mach ich. So, mal gucken, wie viel wir kriegen. Ich sag aber nicht, wie viel ich hab. Oha, ich hab schon ultra viel. Wie kommst du? Ich brauch drei Mal richtig Glück. Das ist mal schlecht wieder. Oha, okay. Ich sag dir gleich, wie viel ich hab. Hast du über einen Stack, Ente? Ja, ich hab mehr als einen Stack. Oh oh, ich hab einen Stack und 17. Was? Ich hab einen Stack und fünf. Das kann doch gar nicht sein. Ja, Alter, ich hab wieder gewonnen. Was ist das, Alter? Alter, ich hab gerade zweimal gewonnen, Ente. Das kann nicht wahr sein. Weil du so wimmelst. Du musst dich jetzt beeilen, Junge. Ich nehme jetzt deine Seite. Hey, okay, dann nimm halt meine Seite. Vielleicht hat das echt was damit zu tun. Level 100 Glück haben wir jetzt, oder was? Oha, das geht ja immer höher, Junge. Hey, das leckt doch dann irgendwann, oder? Ich weiß doch nicht. Ich weiß nicht, ob Level 100 zu krass. Nee, das geht doch noch. Oder? Nee, das geht doch voll fit. Ja, das leckt nicht so krass. Doch, ich bin gespannt. Zwei Mal hast du viel bekommen. Einmal wenig. Mach weiter. Oh, was? Das macht gar nichts. Oha, jetzt hast du ultra viel bekommen im letzten. Oh oh. Das war krass gerade. Du musst doch nicht sagen, wie viel. Hast du über einen Stack? Ja, natürlich. Oh oh. Ich hoffe, ich kriege jetzt über einen Stack. Okay, ich habe schon fast einen Stack. So, oha. Wie viele Stacks hast du, Ente? Nein, ich sage gar nicht. Okay, ich bin gespannt. Ich habe schon. Oh mein Gott, du wirst nicht glauben, wie viel ich hier kriege. Ich habe drei Stacks und 37. Das kann nicht sein. Wie viel hast du? Das kann einfach nicht sein. Drei Stacks und nur eins. Du schubbelst dich, Junge. Nein. Ich schubbel nicht, Ente. Nein, 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 nein. Das ist toll, Alter. Ich gehe aus dem Gamut, Alter. Schiegt mir jetzt auch Kohle. Hey, du bist ein Gamut. Ente, geh aus dem Gamut raus. Schiegt jetzt auch Kohle, Alter. Hallo, Ente, geh aus dem Gamut raus. Kohle, Kohle, Kohle. Jetzt mehr wohl die Stacks und Gamut, Alter. Okay, ich schenke dir mal einen Sieg, okay? Hey, ich schenke dir den Sieg. Ja, obwohl ich gewonnen habe, kriegst du mal auch einen Punkt. So, es steht auf jeden Fall 2 zu 1. Hey, ich gebe dir deine Kohle her. Ach so, ja, nimm die ganze Kohle. So. Wow, was finde ich mit Kohle? Die ist schlecht. Na, guck mal, jetzt kommt hier nur ein Lapis Lazuli-Block, hä? Was? Nur einer? Das kann doch gar nicht sein. Das fügt dann sein Level 250. Boah, 250, Alter. Das ist barbar. Oh, wie teuer wäre das, Mann? Okay, willst du anfangen? Oh, ich habe schon angefangen, mein Microsoft-Leck. Okay, jetzt bin ich dran. Oh, mein Gott, du hast gerade richtig viele bekommen. Ich muss auch Glück haben. Weil manchmal kriegt man ganz wenig, obwohl man Glück hat. Okay, das sind viele. Das sieht wie viele aus. Was? Wie viele hast du? Bei dir hat es eben Ultra-Gelekt. Aber mal gucken. Ich habe, okay, ich habe 5 Stacks und 34. Wie viele hast du? Ich habe 21 Stacks. Wie? 21 Stacks? Laber nicht. Doch, Alter, guck da. Drop. Da, 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 da. Hey, hey, ein Stop. Das soll ja nicht auf, Junge. Da, 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 da. Hä? Okay. Wie, eins? Oh, guck mal, das sind hier meine Stacks. Aber bei dir hat es doch gerade richtig geleckt. Bei mir gar nicht. Ja, Junge, ich habe einfach mega reingeleckt. Okay, nimm alle Lampis Lazuli mit. Ich hoffe, dein Inventar hat genug Platz. Äh, Bro, das ist voll jetzt. Oh, oh, jetzt kommt Redstone. Redstone droppt doch generell ultra viel, oder nicht? Oh, jetzt geht es richtig los. Da muss ich mein Zeug hinpacken. Level 500. Oh, oh, ja, du kannst die ja wieder zurücklegen oder so. Keine Ahnung. Oh, das heißt jetzt, ich habe zwei Punkte und du hast zwei Punkte. Aber es geht jetzt weiter. So, diesmal fange ich an und let's go. Nein, das war ja ultra wenig. Und let's go. Was? Warte. Oh, ich komme bei dir sogar noch weniger, oder? Das war ja low. Äh, Ente, wie viele Stacks hast du? Äh, fünf Stacks und 28. Nein, ich habe fünf Stacks und 24. Lapper. Warum habe ich dir den Sieg eben gegönnt? Nein, jetzt hast du mich schon aufgeholt. Oder ist jetzt Gleichstand? Nee, 3 zu 2. Nein, du hast mich aufgeholt. Ey, das kann nicht wahr sein. Wieso? Oh, nein. So, wie viel Glück haben wir jetzt? Oh, oh, Level 999. Oh, oh. Boah, das leckt jetzt safe. Ich teste mal. Nö, es hat gar nicht geleckt bei mir. Boah, wir haben es geleckt. Du hast ultra viele bekommen. Boah, Junge. Oh, nein. Wirklich, ich muss auch einmal. Nein, ich habe nicht einmal viele bekommen. Oh, oh. Ja, zweimal viele. Okay, ich habe eine ganze Reihe voll. Und dann zwei Sechs. Du hast zwei Reihen voll. Ich habe zwei Reihen voll. Nein. Okay, es steht 4 zu 2. Oh, nein. Denkse. Ich bin so reif. Das kann nicht wahr sein. Leute, ich verliere hier jetzt. Was ist das? Du hast mir gerade auch nicht geschenkt worden. Ich hätte das nicht tun dürfen, Junge. Das war viel zu dumm. Jetzt kommt Level 1, 1, 1, 1, 1. 1, 111. Okay, Ente, fang mal du an diesmal. Let's go. Und? Ja, ganz wenig. Nice. Und komm, bitte noch mal wenig. Oh, das war meines nicht gut. Oh, warte. Ich habe hier Emails. Ich muss sie kurz weglegen. Das sind die von der ersten Runde. So, jetzt. Komm schon. Oh, das waren glaube ich schon viele. Und jetzt noch mal. Oha. Oha. Guck mal an, wie viele Stecks ich habe. Junge, alle meine. Hey, Ente. Ich habe gewonnen. So, es steht 4 zu 3. Perfekt. Ja, Ente. Nicht geht ja alle. Oh, jetzt kann die Gleichstand kommen. Guck mal. Die letzte Runde scheint entweder gewinnst du jetzt oder Gleichstand. So, und hier ist eine Glücksspitzacke mit Level 4444. Was? Freipold, was? Oh, oh. Das ist jetzt viel zu krass. Okay, Ente. Willst du diesen Link der Moment? Fang du an. Fang du an. Okay, ich fange an. Let's go. Oha. Oha. Warte. Ich habe hier noch ein Stack von eben. So. Aber die sind jetzt alle neu. Oha. Oha. Das leckt so effektiv. Bei dir ist gerade Ultra geleckt. Nein. Oha, das war nicht so viele, glaube ich. Okay, warte. Ich mache die kurzen Reihen. Ich habe zwei Reihen voll und fünf Stacks. Zwei Reihen voll und fünf Stacks. Was? Ich habe doch zwei Reihen und eins. Ich war ganzes Stacks. Hier. Es steht 4 zu 4. Oh mein Gott. Wie nice. Denn jetzt, Leute. So, Ente. Ich habe viermal gewonnen. Du auch viermal. Das heißt, wir dürfen jetzt viermal was rausnehmen. So, ich nehme mir viermal vier Loot Cases. Und die Pfeile kannst du auch nehmen. Du darfst auch vier nehmen. Vierstück, Alza. Ja, Mann. Also vier, 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 vier. Oder habe ich... Egal. Keine Ahnung. So. Mach deine ganzen Kisten auf. Ich bin gespannt, was ich hier für Loot kriege. Wir machen ja gerade gleich viele Kisten auf. Das heißt, wir könnten entweder stark oder schlecht sein. Eigentlich gleiche Chance. Doch, das Glück diesmal. Oh, oh. Mein stärkstes Schwert. 22 Attack Damage. Oh, oh. Mein Sau. Oh, oh. Dann hast du auch 22 Attack Damage. Okay. Ey, du kannst fliegen ohne fliegen, Junge. Hä? Mitfliegen, Alza. Okay. Let's go, Junge. Ich werde dich fertig machen, Alter. Let's go, du kannst fliegen, Alza. Ich werde dich sowas von besiegen. Doch, du kannst fliegen. Oh, oh. Dein Bogen war voll krass. Ich habe Gits bekommen, Ente. Oh, oh. Hör auf. Oh, 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 oh. Das war richtig knapp. Du siehst nichts mehr. Oh, mein Gott. Das ist richtig nice. Du darfst dich nicht mehr sehen. Ich habe ein bisschen Salsa. Oh, oh. Das ist richtig fort danach, dass du nichts mehr sehen kannst. So, weil ich kann dich sehen, Ente. Hä? Kannst du mich auch wieder sehen? Oh, oh, oh. Nein, ich bin hier am Fliegen. Nein. Nein. Und wie ihr seht, wir haben den Illuminati-Blog erzettet mit dem Clay Sluggy-Blog. Ja, der ist auf jeden Fall jetzt hier neu. Den werden wir auf jeden Fall auch aufmachen. Den Ball mache ich dann auch. Aber warte, ich hole den öfters. Komm. Ich habe 13 Stück geholt von dir. So, ich habe jetzt auch 13 doll. Was sollst du denn noch? Oh, da habe ich noch ein paar Shades. Aber die andere leg ich jetzt mal weg. Was ist? Als ob du dir noch Shades dazu holst. Ja, zur Sicherheit gleich. Alter, mache ich dann auch. Was war das? Was denn? Da kam gerade irgendwas Großes und dann war es wieder weg. Hä? Was kommen wir für items raus? Alter, da ist der Lucky Block OP. Ich habe eine Waffe. Ich habe auch eine Waffe. Eine Million Attack Damage. Warte mal, was gibt die, Alter? Fire Aspekt. Alter, die hat so viel Damage. Das ist so krank. Hau denn diese ganzen Rüstungen oder ich habe einen grauen Illuminati-Helm oder so? Echt jetzt? Ja. Hä? Oh mein Gott. Und ein Bogen. Halt! Warte! Halt! Stopp! Hast du das gerade gesehen? Hast du das gerade gesehen? Ja, wie du weggeflogen bist. Ich bin einfach... Alter, ich bin nicht gestorben. Warte, schieß nochmal auf mich. Schieß nochmal auf mich. Ich will es nochmal sehen. Du bist nicht gestorben? Ich bin weggeflogen erst mal. Warte, mach das mal. Ich kriege erst mal ein Knockback. Kräft mich doch. Leute, du fliegst erst mal voll weit weg. Hä? Bei mir standst du jetzt einfach so da. Nein, bei mir fliege ich in der Deathcam übelst weit weg. So, jetzt mache ich ein paar Shed-Off. Wenn ich auf jeden Fall Elmonds habe, hole ich mir auf jeden Fall wieder welche. War jetzt blöd, was anderes zu holen, weil die da voll übelst... Nein, da war ein Elmonds-Block. Äh, ja, wieder ein. Ja, okay. Dann hole ich die wieder. Neun Stück, Alter. Das ist so nice. Ich kriege so nice Schwerter aus dem Block, Alter. Habe ich auch bekommen. Komm, bitte, Luckybox, lang. Gib mir doch ein Elmonds-Block, Alter. Geil. Wow, da war gerade ein Monster. Echt, ja? Ja, mit Illuminati-Rüstung in Rot. What the fuck? Keine grüne Illuminati-Rüstung. Okay. Warte, ist es jetzt... Ah, da ist ein roter Illuminati-Helm. Und ich habe Fly. Der Bus. Wie, du hast schon Fly? Ich habe richtig viel dazu bekommen. Was? Warte, ja. Wie sagst du Fly, Alter? Nein. Bin dem Helm. Junge, übertreib nicht. Ja, ich gebe mein Bestes hier. Aber ich übertreibe nicht, okay. Du bist schlecht, Alter. Du bist schlecht. Du bist schlecht. Nein. Komm her. Komm du her. Du wirst gleich sehen, wer der Bessere ist. Okay, komm schon. Rollstick. Lockback and Jump Level 50, okay. Oh, den habe ich auch. Da habe ich hier noch Eisenrüstung, aber die ist ja richtig unnötig. Man, wer braucht hier Eisenrüstung, wenn man die kalteste Rüstung erwähnt hat? Ey, Alpha. Ja? Hast du einen zufällig... Oh, ich könnte mich an die Mitte bauen. Nein, kannst du nicht. Nein, 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 ich schieße mich nicht. Hör auf. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hör auf. Alpha. Ja. Alpha, hör auf. Wieso? Hör auf, mich zu schießen, Mann. Ich habe keine Schusswaffe. Das ist unfair. Ja, okay, ich höre auf. Hä, was machst du? Ich habe Gift bekommen. Okay, ich habe es ausgezogen, ich habe es ausgezogen. Was war das? Das war Shade Helm. Das war der Shade Helm. Ach so. Ja, mach nichts. Spielen wir ohne oder spielen wir mit? Ja, lass lieber ohne Shade Rüstung. Ohne Shade Rüstung. Der ist cooler. Okay, der ist echt cooler, aber ich habe so viel Shade gekauft, ich hätte mehr von den neuen Lucky Block kaufen sollen. Ja, hätte ich auch machen müssen. Komm doch her, Arte. Ja, komm doch, wo bist du? Ich kann fliegen. Ah, nein, 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 nicht mit dem Punkt. Nein, bitte nicht einfach. Alter. Oh, du bist ja direkt tot. Junge, der warnet hat mich einfach. Nein, warte, ich komme nicht mal in mein Bett. Wie? Kannst du mich tippen auf meine Insel, bitte? Ach, du hast zu viel zugebaut. Das darf man doch nicht, das weißt du doch. Ich habe es vergessen, es tut mir leid. Aber ich kriege das auch nicht mehr weg. Ich kann das gar nicht abbauen. Ah, ich habe mich zu dir tippen. Geil. Echt jetzt? Boah, habe ich wieder weg tippen. Okay, alles gut. Hä, Alfa, tippe mich mal bitte, bitte. Ja, mache ich. Ich bin dabei. Alter. Ja, weiß, ich habe dich hier tippen. Ich bin trocken. Danke, danke, danke. Du musst jetzt dein Bett da wieder ein bisschen abbauen. Ja, mach das einfach wieder weg, dann sollte es gehen. Hab ich. Habs weggemacht. Ja, okay, ja, viel Glück. Ich habe so eine Spitzsacke aus dem Shading, die ist übel krass. Als ob. Doch, die ist mega. Okay. Was macht die? Äh, die baut schnell ab. Oha. Was soll ich sonst machen? Weiß nicht. Was denkst du denn? Hast du viele Emotions? Nein, ich habe gar keine mehr. Warum dort denn da genug Eisen-Items? Na, keine Ahnung. Wow. Ah, ich kann fliegen. Alter, ich dachte, es wäre so weit. Ich habe ja kein Flug-Item, das ist voll unfair. Haha. Bitte. Nein. Ich will auch. Dööö. Meine. Please, Alfa, please. Warte, die geben die unterschiedliche Effekte? Was denn? Warte, kennst du das? Ne, die gleichen, oder? Ne, die geben andere. Der rote ist besser als der graue hier. Hier gibt es ja mehrere Illuminati-Rüstung und so. Nein. Was ist? Ist doch mal gut gegangen, ist doch mal gut gegangen. Ist doch mal gut gegangen. Nein, ist es nicht. Und falls du hier Emotions willst, ja, wir können verhandeln. Gib mir einfach gute Items. Äh, gib gar nicht Emotions, ha? Wie viele willst du, hä? Ein paar, bitte. Ja, so viele habe ich auch nicht. Bitte ein paar, gib mir ein paar, bitte. Wie viele denn? 15. 15. So gierig bist du. Haha. Willkommen ich? Ja, was kriege ich dafür? Für einen Tod von mir. Bumm. Ja, komm, nimm deine Blut-Emuels. Die brauche ich nicht. Danke. Na, komm schon. Oh, große Rüstung. Die gibt aber nicht mehr Effekte. Aber bin ich jetzt unbesiegbar, oder was? Nein, bitte nicht auf mich schießen. Hä, wieso? Hä, du hast gerade rumgeschossen. Nein, hör auf. Hey, ich schieße nicht. Natürlich schießt du. Das bin ich nicht. Ich bin doch nicht blöd. Hä? Ich war da. Das habe ich vergessen. Du denkst echt manchmal, dass ich doof bin, oder? Nein. Natürlich. Komm schon, Lucky Block. Bitte. Wow, was will ich mit Lina-Rüstung? Ernsthaft. Okay, ich kriege gerade irgendwie gefühlt nur noch die gleiche Rüstung. Ente. Hä? Nein, 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 nein. Lol. Alter, war das knapp. Alter. Alter. Hallo? Ah, Mann, ich bin sogar womit. Ich glaube, hättest du mich getroffen, wäre ich auch gestorben. Ich weiß es nicht. Tja, Ente. Ja? Ich habe halt bessere Sachen gezogen. Warum ziehst du eigentlich immer die Besseren und dann hast du wieder gecheatet, oder so? Nein. Du hast safe wieder gecheatet. Ich spiele heutzutage nur noch ehrlich. Wann hast du... Der war gut. Guck mal in den letzten Videos. Die waren alle fair. Der war gut. Der wird zwar gut. Hä? Was denn? Ente. Hä? Hä? Alter, Mann. Hä? Hä? Ey, das ist so gemein. Ich komme nicht mehr an dich ran. Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. So, machen wir hierhin. Schön Wünkel, damit du nicht mehr hochkannst. Lass das doch... Nein. Warum kannst du eigentlich fliegen und ich wieder nicht? Weiß nicht. Komm doch her. One versus one. Komm doch her. Komm her. Ich bin jetzt mal. Ja, toll. Jetzt. Das. Echt jetzt? Ich dropp dir ein paar Nackenböcke, okay? Hast du welche? Ja, da. Die fallen gerade runter. Wieso hast du noch... Wo hast du die ganzen Emeralds? Äh, ja, äh, er spielt. Hä? Du hast doch safe wieder gecheatet. Natürlich. Du hast irgendwas. Du hast irgendwas... Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aber irgendwas hast du gemacht. Ich bin ein fairer Spieler. Erzähl mir sowas doch nicht. Du kennst mich doch. Genau deswegen. Hä? Du wieder lügst hier. Lüge nicht. Ja, klar. Weil ich will es jetzt einfach beenden, oder? Komm, ich mache auch hier die letzten auf. Oh, da kommt ein T-Will. Was ist das? Das ist ein T-Will. Endlich mal. Da haben wir endlich mal ein T-Will bekommen, ey. Wassermaterial von was? Der Clase. Ich glaube, das ist von den Lucky Block. Der Holz. Eine Workbank. Workbank? Ich hatte schon eine. Okay, warte. Und jetzt hole ich das Clase hier hin. Aha. Ich kriege diese rote Illuminati-Rüstung. Warte. Ist es nicht die beste Rüstung? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist echt die stärkste. Mit welcher Rüstung kannst du eigentlich fliegen? Ja, auch mit der roten. Ja, dann ist es die rote, die so stark ist. Warte. Und jetzt ein Schwert. Alter. Nein. Hör, wieso hat dich so viel aus? Wie viel fliegen hast du gerade ausgehalten? Und wie viel Tank-Devil-Stands-Schwert hat? Oh mein Gott. Warte, ich habe dich gerade... Warum habe ich dich nicht gewonnen jetzt? Weiß ich nicht. Ich kaufe eigentlich diese goldenen... Ey. Oh Mann. Weil ich diese goldenen Rüstungspunkte habe. Entschuldige. Das ist so fies. Was soll ich jetzt tun? Ich habe eine Idee. Alter. Wo spornst du? Hey, hier. Aha. Nein. Hör auf. Fertig jetzt schön. Einbauen. Nein. Ja. Nein, lass mich raus. Lass mich raus. So, wie geht es denn da drin? Hä? Nein. Nein, lass mich raten. Nein, mach dich zu. Nein. Hör auf. Nein. Hey. Hey. Hey, wie fühlt es sich so an? Hier unten ist es dunkel. Ja, wirklich. Warte, ich schicke dir mal Feuer runter. Ey. Hey, wo spornst du? Ich habe mir noch gar nicht gespawnt. Ja. Was ist das? Perfekt. Ja, bleibt der unten. Au. Ich gehe gleich schon in den Butterboden. Das ist voll uncool, was du machst. Nein, ruhig, ja. Das ist echt mega uncool. Nimm das. Was du bis jetzt getrieben hast, ist das die uncoolste Aktion bis jetzt. Das ist echt witzig. Warte mal. Guck mal, ich kann ein Bett abbauen. Ey. Mach wieder auf. Hallo. Nein, das war zu nein. Oha, ich wallete dich. Hä? Wieso sponsst du hier? Komm, stirb. Hä? Unlogisch. Keine Ahnung. Nein. Hä? Was hast du gemacht? Äh, was hast du gemacht? Ah, weil ich den Block da abgebaut habe. Okay. Ja, bitte ist weg, Ente. Ja, nicht wahr. Nein, du kannst ja eh nicht mehr schlafen, weil wir den Tag haben. Nein, nein, nein. Warte, habe ich gewonnen? Ja. Ente, nicht rüber schießen. Hä? Ente, das war so klar. Was denn? Ich habe gerade gewonnen. Du benutzt immer die Druckplatte. Wo ist die? Nein. Welche Druckplatte? Welche Druckplatte? Ich habe die abgebaut. Hä? Siehst du, ich sehe gar keine Druckplatte. Du lügst. Da war eine. Da war keine. Jetzt nicht mehr. Das ist Obsidian. Nein. Hier. Hier die Klairsbrücke ins Gesicht. Pfau die ab. Versuch mich zu killen. Willst du es schaffen? Warte. Ey. Ich hatte gerade wirklich das beste Zeug überhaupt in dieser Runde. Und dann ist es jetzt. Oh, wie du fliegst. Gib mir mal auch an. Ich blau heiß. Bye, bye. Ja, warte ich jedenfalls. Ey, ich habe alle gedroppt. So, jetzt aber. Alter, wie weit man fliegt? Man könnte ja so Fußball oder so machen. Ist echt so. Komm her. Komm du her. Nein. Das ist so unfair. Sag doch das, Alter. Du bist so unfair. Du bist so ungerecht. Weißt du was? Was? Warte, guck mal. Weißt du, was diese Spitzhack hier drauf hat? Hä, was macht die? Warte, schlag mich nicht, okay? Warte, ich mache mir einfach die Rüstung zum Schutz. So. Hör auf. Guck jetzt. Ich nehme mir jetzt Evolive, oder? Ja. Und power eins ab. Warte. Deswegen hast du so guten Stuff. Halt, oder? Probier mal mit der hier. Alter. Wie viele haben wir uns hier liegen? Siehst du das? Ich glaube, der Server spielt ab. Ja, ich glaube, der Server ist kaputt. Der Server ist kaputt wegen den Emeralds. Alter, aber siehst du das, wie die hier rumliegen? Wie viele sind das? Guck, das ist eine ganze Armee. Oh mein Gott, ey. Ja, das habe ich in dem Video benutzt. Dafür können wir so viele Lucky Blöcke kaufen, Alter. Du hast gecheatet? Natürlich habe ich doch gesagt, dass du gecheatet hast. Hey, ich habe nicht gecheatet. Das ist ein Team. Das ist also mein neues Haus. Hier sind auch schöne Bäume. Da ist, glaube ich, irgendein Geschäft oder so. Da ist auch noch ein Haus. Ah, hey, Freunde. Und willkommen in der ersten Folge von einem neuen Projekt hier, ja? Nicht vergessen zu abonnieren. Denn wir sind kurz vor den 565.000 Abonnenten. Und es wäre mega nice, wenn wir die heute noch schaffen könnten, Leute. Aber ja, Leute. Ich gehe jetzt in mein neues, schönes Haus hier. Sieht auf jeden Fall gleich modern aus. Ich habe hier auf jeden Fall eine neue Küche. Oh, Alter. Und neue Lampen hier als modern. Sogar ein Toastbrot. Ich habe hier einfach Toastbrot. Und ein Fernseher mit einem Villager. Das sind Villager-News, glaube ich. Okay, ich mache auch die Zimmer wieder zu. Ich bin auch eigentlich gespannt, ob wir einen Nachbarn haben oder so. Okay, hier ist die Garage. Warte. Oh, ist, glaube ich, mein Zimmer. Ja. Oh, hier sind meine Spielzeuge. Wrestling, Wrestling Arena. Hier ist mein Bett. Aha, hier schlafe ich also immer. Okay. Und hier? Ah, hier kann ich Kacka machen. Okay, ich gehe hier wieder raus. Ah, und hier ist die Dusche. Ey, das Wasser fehlt hier. Aber egal. Das müssen wir auf jeden Fall neu machen. Okay. Ah, und hier ist so ein Aquarium mit meinen Fischen. Hä? Was war das? Hat es gerade geklingelt? Hä? Hallo. Guten Tag, mein Name ist Lix. Ich bin ein Nachbar von gegenüber. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Sind Sie neu hergezogen? Ja, ich bin hier neu hergezogen. Das ist mein neues Haus. Oh, das war bestimmt teuer. Ja, sehr. Alle meine Steine sind weg. Oh, aber das ist kein Problem, denn ich habe ein Geschenk für dich. Eins ab. Ja, wollen Sie mich erst mal reinlassen? Ja, kommen Sie ruhig. Guck mal. Ich habe hier auf jeden Fall eine sehr moderne Küche. Ja, wir haben auch da ein Fernseher. Da können wir Fernsehen gucken. Oh, ist das Villager-Fernsehen? Ja, ja, ja. Nicht wegschalten, okay? Äh, kein Problem, kein Problem. Das ist ganz wichtig. Was hast du eigentlich für ein Geschenk? Ich habe hier eine Kiste mit einem ganz tollen Geschenk für dich. Willst du da mal reingucken? Eine Kiste. Eins ab. Ja, natürlich. Hier, bitteschön. Hä? Da muss ich reingucken. Warte, wo kann ich die hinsetzen? Ich setze die hier auf dem Boden, okay? Okay. Okay, was ist da wohl drin? Hä? Eine Spitzhacke mit irgendeinem Effekt und Diamant? Oh, hä? Was ist das? Ja, das ist eine Spitzhacke. Die habe ich schon länger auf dem Dachboden gehabt. Aber ich brauche die schon länger nicht mehr, weil ich benutze die eigentlich schon ziemlich lange nicht mehr. Warum ist die so krass? Die habe ich irgendwann mal zu Weihnachten bekommen. Aber ich dachte mir, die könnte ich auch einfach dir schenken. Oh, ha. Okay, du benutzt sie also nicht mehr? Nein, schon lange nicht mehr. Weißt du überhaupt, was sie drauf hat? Natürlich. Warte, sollen wir es mal testen? Ja, probier die mal aus. Die ist unglaublich. Du hast ja nicht extra Diamant ins Ohr reingelegt. Nee, natürlich. Ich platziere jetzt eins, okay? Ich nehme mal ein bisschen Abstand. Okay. Ah, soll ich den Block jetzt abbauen? Hm. Ja, ich würde es einfach mal versuchen. Okay, ich bin gespannt. Drei, zwei, eins. Alter, Alter. Mein Minecraft. Was ist hier passiert? War das geplant? Wolltest du mir so viele Diamanten schenken? Ja, klar. Warum denn nicht? Damit können wir gleich sofort ins Supermarkt gehen. Oh Gott. Mein ganzes Inventar ist voll mit Diamanten. Das waren echt ein bisschen zu viele. Weiß Augen. Ich muss die alle verlagern. Ich tu dir einfach direkt in die Kiste rein. Ich helfe dir mal. Alter, komplettes Inventar von ihnen. Die liegen noch mehr. Oh mein Gott. Was kann man damit machen? Ich werde mal ein paar hier in deiner Küche. Okay, tu ich auch. Geh so in die Schränke einfach irgendwo rein. Und zack, zack, zack. Oh Gott, jetzt bist du ja noch reicher. Alter, draußen liegen noch richtig viele. Danke für die Unterstützung. Kein Problem. Das machen wir hier immer so. Danke, danke. Warte, wo kann man hier noch reinlegen? Hier noch ein bisschen. Liegt draußen noch ein bisschen was? Nee, jetzt ist alles weg. Aber jetzt hast du ja gar keinen Platz mehr für Essen. Alter, ja egal, wir gehen jetzt in den Supermarkt. Doch hier ist noch was frei. Und dann, glaube ich, ja. Junge, Junge, Junge. Alter, vielen Dank. Kein Problem, habe ich doch gerne gemacht. Alter, was soll ich jetzt damit einstellen? Komm, lass uns doch mal zum Beispiel in den Supermarkt gehen, oder? Ja, lass uns was cooles kaufen. Komm, ich gebe dir auch jemanden. Hier. Oh, das ist nett von dir. Supermarkt ist direkt um die Ecke. Ja. Oh, du hast deine Tür aufgelassen. Nicht, dass hier noch jemand einbricht. Nein, die ist auch offen. Oh Gott. Ja, ja, ja. Das war bei uns von mir. Genau. Oh, da steht auch schon jemand. Natürlich, die sind immer da. Die haben 24 Stunden am Tag geöffnet. Eins ab. Mhm. Oha. Und hier gibt es alles Mögliche. Obst, Gemüse und frischen Fisch sogar. Eins ab. Ich will Fisch. Fisch, 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 Fisch. Das ist der teuerste Fisch der Stadt. Ja, ich habe mir vier Stück genommen. Und du? Ich habe mir sechs genommen, weil ich meine, du hast mir so viel Geld gegeben. Warum nicht? Ja, okay, lass sofort bezahlen. Ich brauche eh nur Fisch. Hallo, Herr Kassierer. Kassierer? Ich glaube, der will nicht mit uns reden. Ah, jetzt redet er mit uns. Ah, jetzt guckt er uns an. Hier, nimm mal dir eins. Wie viele willst du? Egal, gib ihm einfach ganz viele. Ich meine, du hast sowieso so viele. Ja, hab ihm 14 Stück gegeben. Ja. Na komm, Alter. Wir können uns eh gönnen. Das ist eh Premium Fisch. Komm, wir gehen wieder raus. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Alter. So nice, was wir jetzt hier alles haben. Kannst du mir mal dein Haus vorstellen? Na klar, folg mir. Ja. Hier habe ich erstmal eine Garage, aber da ist bis jetzt noch nichts drin. Außer mein Safe. Habe ich auch schon eine Tür? Oh Gott, du hast mich eingesperrt. Oh, da bist du wieder. Hey, du hast ein Safe. Natürlich, aber da darfst du nicht reingucken. Da sind ganz geheime Sachen drin. Vielleicht, wenn ich nicht zu Hause bin, dann kannst du es vielleicht mal versuchen. Aber du kennst den Code. Ah, okay. So. Okay, ich zeig dir mal mein Haus. Mein Haus ist ziemlich groß. Das haben meine Eltern mir überlassen. Aber die sind jetzt gerade im Urlaub. Als ob. Mhm. Oha. Die sind ziemlich lange weg. Also die müssen wegen der Arbeit immer mal wieder weg. Und deswegen habe ich das Haus ganz lange immer für mich alleine. Ach so. Kann ich verstehen. Also hier habe ich ein riesengroßes Bärenfell. Das ist immer ziemlich kuschelig. Aber der ist nicht echt. Also das ist nur ein Kunstbär. Ha. Weil das gehört sich nicht. Man macht sowas nicht mit Bären. Sieht schick aus. Ah, hier ist deine Küche. Und eine ganz schöne Küche. Ja. Mit ganz viel Gemüse. Und hier zum Beispiel. Und du hast ja auch. Wir haben beide Karotten zu Hause. Ja, ich auch. Karotten sind gesund. Karotten sind gut für die Augen. Genau. Mhm. Ich seh auch voll gut. Und dann folg mir mal. Ja, ich komme jetzt. Dann geht sie nach oben. Und hier haben wir ein richtig cooles Fernglas. Damit kann man die Sterne beobachten. Ah, es ist ab. Siehst du was? Nein, das sind keine Sterne. Ah, ist auch gerade ein bisschen zu mild. Ja, genau. Ich glaube, ich verstehe das auch noch nicht so wirklich. Ja, ja. Dann ist hier das Schlafzimmer. Ja. Aber es ist relativ klein. Mit einem kleinen Traumfänger. Damit meine Albträume mich nicht heimsuchen. Hier schläfst du also. Okay. Hier schlafe ich, ja. Aha. Und hier ist dann das Bad. Oha, was hast du für einen coolen Zahnbürsten? Hehe. Meine ist die gelbe. Die blaue ist von Papa und die rote ist von Mama. Oha. Ich bin alleine zu Hause. Aber du hast bestimmt auch mehrere Zahnbürsten zu Hause, oder? Ja, natürlich. Als ich mal bei dir übernachten muss. Ja, ja, ja. Habe ich schon dran gedacht. Ja, ja. Kann ja mal was länger abends werden. Oha, was hast du denn vor allem? Und deine Toilette? Meine sah von Blut aus. Ich muss kanker. Okay. Ich lasse dich mal alleine. Danke. Pups, Pups, Pups. Fertig. Bin fertig. Hallo. Das ging aber schnell. Das hätte ich aber nicht gedacht. Alter, hast du das gemalt? Ich wünschte, ich hätte das gemalt. Also, eigentlich hat das mein Papa gemalt. Ah, ist der Künstler? Ja, mein Papa ist Künstler. Oha. Der kann ziemlich gut zeigen. Der muss ja gar nicht viel mit verdienen. Also, damit bezahlt ja auch unser Haus. Alter, der verdient ja richtig viel. Million oder so. Und da, keine Ahnung, wie viel hunderttausend Euro. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es gar nicht so genau. Alter, ab. Darum hast du auch so coole Kleidung an. Danke. Du aber auch. Alter. Ich habe gar keine Kleidung an. Ich habe nur ein zweites Gesicht und ein drittes. Da oben. Oh. Ja. Das sieht doch komisch aus. Ah, ich habe noch ein viertes. Da. Das sind meine Brüder. Oh, haben die auch andere Namen? Nein. Ja, gut. Okay, dann soll ich dir mal den Garten zeigen? Du hast einen Garten? Natürlich habe ich einen Garten. Ich nicht. Ich meine, mein Papa ist reich. Natürlich haben wir einen Garten. Oh Mann. Alter, was hast du hier denn alles? Das hier ist ein Kleid von meiner Mama. Das darf ich nicht berühren, weil... Das ist ein bisschen komisch. Ich habe das hier noch wieder abgenommen und angezogen. Und das hat ja nicht so gefallen. Dann haben wir hier ein ganz großes Gebüsefeld mit Weizen und Kartoffeln. Karotzen. Willst du was abhaben? Ja, bitte. Hier, bitteschön. Dankeschön. Warte, hast du da Cola? Na klar. Was steht da? Creeper Cola und Enderfit Blaze und Slime Soda. Was sind das für coole Getränke? Die gibt es doch alle im Supermarkt. Ich kenne Cola, Vater und Sprite. Ja, die vier heißen die ein bisschen anders. Ach so. Aber die sind nicht viel teurer. Guck mal, die Schaukel. Ja, aber die ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht. Ich kann mich da irgendwie nicht mehr richtig reinsetzen. Ich auch nicht. Voll langweilig. Hast du einen Hut? Ja, aber der ist gerade leider nicht zu Hause. Der ist in Obhut bei meiner Tante, weil meine Eltern sind im Urlaub und die trauen mir den nicht an, weißt du? Ha! Weil ich vergesse immer den zu füttern. Ey, du musst den Hund immer füttern, das ist ganz wichtig. Ja, aber ich bin ein kleiner Trottel. Ja, okay. Als Fehler lernt man eh, okay? Beim nächsten Mal wird er sicher hier sein. Ja, bestimmt. Okay. Und dann haben wir hier noch einen Grill. Ha! Voll schön hier. Ja, und das war es eigentlich schon. Also, falls du Lust hast, kannst du immer mal wieder rumkommen und dann schmeißen wir ein paar Gartenpartys. Ja, wir können mehrere Sachen machen zusammen. Noch voll viel daneben und so. Wie wäre es denn, wenn wir neue beste Freunde werden? Ja, können wir machen! Ja! Ja! Was sind hierfür krasse Effekte? Guck mal, hier ist Fortune. Guck mal, deine Kiste. Okay, Regen, warum machst du jetzt diesen? Okay, guck. Wir haben hier eine Kiste. Fortune 1, Fortune X. Das ist halt Glück, ne? So, nehmen wir erstmal alle raus. Boah, es wird richtig abgeht. Wir haben hier... So, guck. Wir haben Glück 1, Glück 10, Glück 100, Glück 1000, Glück 3333, Glück 995. Und Glück 10.000. Wir können auch unglaublich mehr versuchen, aber ich glaube, das wird sonst richtig viel. Bist du bereit? Ja. Okay, so, nimm die... Oha, du machst voll viel Damage, schau. Ich habe vier Herzen verloren. Bist du bereit? Ja. Wir nehmen jetzt Fortune 1, okay? Glück 1. Äh, warte. Ja. So. Ja. Oh, ich habe den Fortune... Ich habe nur 1. Wie viel hast du? 2. Du hast 2. Okay, welchen Lucky Block willst du nehmen? Du entscheidest. Ich nehme den linken. Schade. Ja. Dein Ernst? Gut, dann habe ich jetzt den rechten genommen. Du machst den linken auf. Leute, versteht ihr das Konzept? Ich glaube ja. Okay. Jetzt die zweite Spitzhacke. Fortune X. Hast du die in der Hand? Bada, ich muss die suchen. Glück X, Glück X, Glück 10. Okay, komm schon. Lucky Block Nummer 3, 5, 8. Wie viel hast du? Ich habe 8. Ich habe 1. Du hast 1. Ich habe 1. Als ob du nur 1 bekommst. Ich habe 8 Stück. Okay, damit kann ich doch kein Block craften. So, wenn die Emotionen suchen, können wir eigentlich wieder wegschmeißen. Weil die machen nur unser Eventar voll. Die Lucky Block Items können wir natürlich behalten. Und ich glaube, wir brauchen sowas in der Ender-Chest, oder? Ja, wäre, glaube ich, ganz gut. Ja, muss. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Ender-Chest. Zack. Dankeschön. Oh, es sind zu wenig. Ja, Lucky Block Items tue ich da rein. Okay, jetzt nix, die Spitzhacke. Äh. Ah, nee, warte. Ich hatte 8. Nee, oh, Lucky Block. Ich nehme 3. Oha. Nehme ich den rein. Wie? Okay. Ganz gut. Gute Effekt. Aber es ist eine Holzspitz, äh, nix, Hacke. Ja, bringt mir eh nix. Okay, jetzt. Fortune 100. Bist du bereit? Bin ich. Bei Whetstone kommt schon so oder so viel raus. Ich glaube, da wird es jetzt richtig abgehen, oder? Aber sowas von. Okay, let's go. Oha. Okay, warte. 53. Ja. Ich habe 64 plus 22. Oha. Schon wieder gewonnen. Wie sieht das? Das bedeutet, ich nehme die Bad Boys und du press den. Links sind eigentlich immer die guten Lucky Block und rechts ziehe schlechten. So. Wirklich? Ja. Oha. Ein Trab. Oh nein. Oh. Oh nein. Eigentlich sind die plus 100, vielleicht aber auch nicht. Ja. Siehst du, ich kriege sogar mein plus 100. Hier ein T raus. Ja, liegt, glaube ich, einfach an dir. Ich weiß nicht. Jetzt ist aber mein Labus-Blockpack. Okay, dann gehen wir zum nächsten rüber. Dann müssen wir die ignorieren. Okay. Okay. Welche jetzt? Nächste Spitze. Tausende. Nee. Wir nehmen drei Tausende. Nein. Erst tausende. Erst tausende. Nein. Oha. Wir müssen nach einem Volk nachgehen. Let's go. Oha. Uff. Warte, ich mache Blöcke draus. Ich habe so viele. Mach mal so viele Blöcke, wie du kannst. Okay. Sehr, ich habe 39 Blöcke. 39 Kohlenblöcke. Und du? Nur 39. Ich habe 56. Weiß. Ja, 56 und vier extra. Okay, ich gebe es auf. Ja, du entscheidest, welchen Block nimmst du. Natürlich den linken. Richtig. Ja, komm. Du, Blackie-Block. Oh. Ja, dann kann ich schon den Goldapfel mitnehmen. Wer brauche ich denn gar nicht? Ich habe eine Axt bekommen. Na, super. Okay. 3333. Bist du bereit? Ja, wenn er ist. Wirklich? Was? Oh mein Gott. Ich leck. Ich leck. Oha. Was passiert jetzt, Mann? Okay. Nein, 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 nein. Oh oh. Jetzt ist dein Block aufgegangen, oder? Ja. Oh oh. Oh mein Gott. Ich sehe die ganzen Dierwarten. Oh mein Gott. Das ist so krass. Okay. Ich mache erstmal Blöcke draus. Mal gucken, wie viele ich am Ende habe. Meine Güte. Ey. Hätte man sowas im echten Beinkopf. Das wäre so krass. Das dauert ja viel zu lange. Ähä. Okay. Ich habe vier Stacks und 35 Blöcke und dann noch sieben Diamanten. Okay. Dann habe ich definitiv schon gewonnen. Was? Ja, ich bin noch am zusammencraften. Warte. So. Ich weiß nicht mehr. Kann nicht sein. Sicher, dass das nicht sein kann? Du hast ja mal die richtige Spitzhacke genommen. Ja. Nicht 9999. Nein. Okay, ich glaube dir. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stacks, 10 extra und 8 Diamanten. Oh. 6 nur 50 Diamanten. Wie viele Stacks? 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. 10 Diablo und 25 Stacks. Ja, du hast gewonnen. Okay, ja, ja. Entscheidend. Nimm den linken, nimm den rechten. Na, den linken? Ha. Wow. Ich habe Bücher bekommen. Ha. Ich glaube, du hast mich getrollt, oder? Nein, wirklich nicht. Du kannst mir vertrauen. Ich bin nicht so eine. Spaß, eine. Eine? Spaß, Spaß, Spaß. 9999. Komm. Wie viele Emuels gibst du mir? Oha. Ich warte erst mal, bis dein Block aufgegangen ist. Ich glaube. Sonst ist, glaube ich, der Server schneller weg, als man gucken kann. Ja. Ist lecker, ein Ultra. Okay. Ja, ich warte noch, bis sie nicht ist okay. Ja, also 30 Sekunden oder eine Minute warten ist okay. Also kein Problem. Oh mein Gott. Hier liegt so viel Warte. Oh, es hat aufgehört. Ey, das zusammenzukaufen. Ich habe überhaupt keine Lust. Oh mein Gott. So, jetzt mache ich den auf. Achtung. Ey, nein. Oh. Hä? Ich glaube, ich habe verloren. Wie? Ist dein Inventar voll? Extrem voll. Guck mal, wie viel hier noch liegt. Aber hier liegt ja gar nichts. Hast du die richtige genommen? Ja, ich habe die richtige genommen. 1999. Ja. Welchen nimmst du? Du kriegst erst nicht den Lucky Dings und jetzt so wenig, hä? Ich kann gegen den Lucky Block Profi doch nicht gewinnen. Ja, ich weiß. Ich bin ein Profi. Tummel 1. Ey, so viele. Meine Güte. Okay. Okay. Welchen Block nimmst du? Okay, let's go. Ja, ein Dierschwert. Komm, geh doch mehr. Guck mal, was ich bekommen habe. Wie? Ja, bringt dir eh nichts. Warte ab. Ja, ist jetzt nicht das Beste, aber... Okay, ich glaube, wir nehmen jetzt hier. Das letzte Mal diese 10.000, weil ich glaube... Nee, vor allem, wir sehen uns bei One Stone. Das können wir nicht machen. Da wird unten zu viel rauskommen. Wir müssen zu... Lass uns kurz zu den Diers rüber. Sicher? Ja, weil da wird zu viel rauskommen. Ich glaube, der Server wird kaputt gehen. So. Okay. 10.000. 3, 2, 1, los. Oh, oh. Wir sehen uns in drei Minuten. Tschüss. Gibt cool aus. Oh. Hat es auch gehört? Ja. Ich glaube, ich habe mehr. Safe. Wie viel hast du? Äh, fast vier Stacks. Ich habe drei und drei und vier... Äh, 63. So. Wie viele Stacks hast du schon? Fünf. Okay, du hast gewonnen. Okay, dann kann ich dir wegschmeißen. Ja, ich nehme den rechten, oder? Richtig. Okay, Leute. Ich glaube, wir haben uns den Zuwarten vorgenommen. Okay, ich schmeiß die Fortune 100 auch noch weg. Jetzt habe ich nur noch Fortune 1 und X, okay? Okay. Ich glaube, das wird erst zu viel. Okay, jetzt sind wir bei One Stone. Lass Fortune 1 nehmen, okay? Gut. Und go. Ich habe sechs. Sechs. Okay, gleich standard nehmen wir mal den Link. Okay, oder? Ja. Let's go. Oha, okay. Sehr gute Testpaint. Okay, wieder eins, würde ich sagen. Drei, zwei, eins, go. Vier. Sechs. Ja, den Link in Lucky Block. Viel Spaß. Oh nein. Oh nein. Oh. Ja, das sind glaube ich schlechte Lucky Block. Ja, ein Beankind nimmt mir hier nicht viel. Level. Ne. Okay. Komm, Fortune X. Mit Kohle. Let's go. Jetzt kommt er voll wenig. Ich habe acht. Ja, ich sehe die rechten. Äh, ich habe nichts bekommen. Tja, so ist das Leben manchmal. Kann ich nichts für. Ja, komm, ich würde sagen, wir nehmen nur noch Fortune X. Fortune X, let's go. Ich habe drei. Ich habe fünf. Oha. So, der Linke gehört mir. Genau. Nochmal. Und ich habe zwölf. Du? Fünf. Der Linke gehört mir. Uh. Ich habe den Kaktusbogen. Ich habe dreißig. Achtzehn. He he. Yeah. Das wäre was mit mir. Oha. Und direkt ein krasses Item bekommen. Ich bin jetzt sogar unsichtbar. Okay, ich habe zehn. Und du? Neunzehn. Ha. Glück gehabt. Glück gehabt. Oh. Nein. Du kannst es rüberbauen. Einen Moment. Ich habe es mal Rack zu bekommen. Ja, bringt ja nicht viel. Warte, aber du musst jetzt wegschmeißen. Jetzt können wir nicht aufmachen. Der ist bei mir weg. Okay. Und weiter. Einen. Einen mit Glück zehn. Zwölf. Ja. Rechte gehört mir. Ja, ja. Lucky Portion minus 100? Ja, ja. Hä? Ich schwöre. Ich habe da Glück 100 Lucky Blöcke getan. Kein Wind. Okay, ich habe zwölf Redstone. Und du? Fünfzehn. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ich habe ein Schwein bekommen. Okay. Ich habe jetzt eine krasse Idee. Wir machen jetzt hier den kompletten One durch. Die letzten vier. Machen die zuerst alle auf. Und dann gehen wir hier nochmal zurück. Und dann ja. Let's go. Ey, eins ab. Eins ab. Oh Mann. Okay. Komm zurück. Wie viele Abisatzte hast du? Vierzehn. Ich habe 21. Schön. Ich habe schon wieder nicht bekommen. Wie viele Kohle? Vier. Ja, ich ein. Wir haben zwölf Level. Ich konnte eigentlich was entchatten. Ja. Ich habe schon wieder nichts bekommen. Hä? Mach die Nackenblöcke mit der Hand auf. Nicht mit den Spitzhacken. Vielleicht ist die Spitzhacken schuld. Okay. Ein Dia habe ich. Ich habe nur ein. Ich habe auch nur ein. Noll. Okay. Mix. Oh, perfekt. Okay. Und er wohnt. Neues Stück. Ball. Easy. Perfekt. Hab volle Rüstung. Bist du bereit? Ja. Let's go. Komm her. Uh. Ich kriege dich. Was machst du? Nehm dir eins. Ey. Ich verlier trotzdem keine Herzen. Als obere. Oh, gar nichts. Ich habe Zeit. Warum kann ich dich nicht? Ich habe nur noch weg. Ich bin ein Hacker. Komm doch, wenn du nichts weißt. Komm. Komm. Soll ich. Nein. Ich habe gewonnen. Das ist unfair. Die Glück 999 Spitzhacken Challenge. Und zwar ist sie da oben drin. Ich wollte dich beeilen, wenn ich du wäre. Ich bin schon auf dem Weg, Alter. Du bist schon auf dem Weg. Ey, warte auf. Was geht? Ich will zuerst da sein, Junge. Nein, Mann. Ich werde zuerst da sein. Warte auf. Die gehört mir. Bitte. Die gehört gar nichts. Ich glaube, wir haben bis zum Glück 1000 oder sogar noch höher. Ich weiß nicht. Wir müssen mal gleich gucken. Die sind da. Ey. Nein. Ich habe dich auch besiegt. Oh, that's all nice. Oh, mein Gott. Wie? So, ich muss schon respawnen. Ganz wichtig. Ich habe Kill gemacht. Einfach so. Ey, du bist doch Baby bei mir. Ey, Junge. Du bleibst halt ein Baby, Alter. Ey, so. Du bist ein Baby-Loop. Was, Alter? Junge. Ruizier dich. Komm her, Junge. Ich werde dich fertig machen, Ente. Mach dich fertig, Alter. Denk nicht. Ich hole mir gleich die Glücksspitzhacke. Dann muss ich hier nie wieder Emirates fahren gehen, weil ich dann so reich bin. Ich hole mir zwei mal die Glücksspitzhacke. Nein, Alter. Du gehst da nicht hoch. Alter, ich weiß, wo du bist. Ah. Oh, ich bin runtergefallen. Nein, du darfst sie nicht abbauen. Oh, oh, oh. Alter, das kannst du nicht tun. Hä? Was kann ich nicht tun, Alter? Die Spitzhacke holen. Das ist, glaube ich, viel zu gefährlich heute. Alter, was geht? Ja, hab dich. Oha, Alter. Dein Herz, Junge. Ja, Mann. So, ich will erst mal die Spitzhacke holen, weil ich glaube, wir brauchen wieder ein Block. Du bist ein kalter Fisch, Alter. Ja, ich bin ein guter in diesem Spiel. Ja, ich habe schon die erste, die Glück-10-Spitzhacke. Oha, Junge, laber dich, Mann. Oha, ich gehe erst mit der Farb. Ey, die nach oben, bitte, doch nicht holen, okay? Weil ich muss erst mal den Glück-10 gucken. Okay, die ist, glaube ich, nicht so gut. Ich hätte die, glaube ich, oben holen müssen. Aber die ist eben da voll sicher. Okay, hab schon mal ein paar Ibrids. Oh, Alter. Hä, wo sind die versteckt? Alter, ich check das gar nicht. So, ich bring erst mal die erste weg, den Glück-10, weil die ist schon mal wertvoll. Oh, ich kann doch nicht gleich die Böcke holen und schlock dich jetzt weg von der Mitte. Ey, hau da ab jetzt. Nein, Mann, einfach bitte. Ich hole jetzt irgendeine Reise. Ich hab ein Schwert, Alter. Ich will nicht sowas, was soll ich machen. Was? Schlage mich, Alter. Das braucht schnell Tynamit oder so, eine Hose, nice. Oh, noch ein Schwert. Ey, du darfst nicht die Spitzhacke kriegen, wehe. Oh, ich hab keine Blöcke. Okay, ich muss die mit lacken Blöcken hochbauen. Oha, Alter. Was ist C, Alter? Hä, bist du schon da? Hä, keine Ahnung. Ey, ich hab gehört, sowas machen wir nicht. Also, ich hab gehört, man holt die Spitzhacke nicht einfach so, bevor das, äh... Hä, wo bist du? Ich hab mir nicht mal wieder zu, Alter. Ja. Oha, dort ist sie dabei. Oh, mein Gott. Glück, tausend und Glück. Gebt mir die, nicht, Alter. Was ist denn C? Was bedeutet C, bitte, hä? Hä, keine Ahnung, Alter. C abgesteckt. Vielleicht ist das 10.000 oder noch mehr, wer weiß. Laber dich, Alter. Laber dich, mit glücktes Turm ab. Ente, die gehört mir jetzt. Und die wirst du niemals kriegen, Alter. Die gehört gar nix, Alter. Ich brauche ja erstmal Sicherung. Du wirst noch gar keine Lucky Blöcke geholt. Bist du dumm? Ich kann dich jetzt komplett fertig machen gehen. Ja, Ente, jetzt hab ich Dynamit. Falls du jetzt hier meine... Oh, du bist im Gefängnis. Gut, bleib da drin. Ich werde dich gar nicht retten. Alter, träum dich. Boah, ich hab sogar zwei Dynamit. Das heißt, du kannst hier gar nicht mehr hinkommen. Oder? Schaffst du es? Ach, egal. Ich hab eh ein krasses Schwert mit... Wie viel? Ich zeig dir mit 1.000. Du wirst mich niemals kriegen, Ente. Oh, jetzt hab ich noch einen Bogen. Den Palladium Bow. Was? Halt's, halt's um. Ja, der sieht auf jeden Fall krass aus. So, leider hab ich keine Pfeile gerade noch. Aber okay, ich hab jetzt schon mal... Boah, ich hab einen Eisfisch. Was ist Eisfisch? Nein, der ist weg. Ich hab ihn weg. Ente, hau ab. Was? Ente, geh weg. Hau ab, Ente. Ente, ey. Was? Ich hatte die Spitzung dabei. Nein. Ja, Mann. Bitte hab ich in den E-Ner-Chef gelegt. Bitte. Ja. Oh, die ist in den E-Ner-Chef. Alles ist gut. Ah, dein E-Ner-Chef-Pall. Ich hab noch nicht ab. Ente, es wäre dumm. Das lohnt sich nicht. Wirklich. Du machst damit kein... Ja. Oh, mein Gott. Ich dachte, es ist jetzt Game Over. Oh, ich hab mich doch gerettet. Du bist der Alzi. Du bist gar nicht zu mir. Hä? Du bist gemeint zu mir. Du hast dich rüber gebaut und wolltest mich besiegen, Junge. Was soll das? Hä? Du wolltest mich besiegen. Laber dich, Alter. Ich seh meinen Shop wieder. Ich weiß, ich muss kein Street Connected. So, okay. Dann bin ich wieder. Nice. Let's go hopp den Shop wieder. Ähm, Ente. Wir haben auch Shade im Shop, ne? Oder? Was, Alter? Einsam. Ähm... Ich würd sagen, wir dürften erst mal fünf holen, okay? Hä? Fünf, Alter. Ich hab gerade eingekauft, Junge. Was? Du hast schon alle weggekauft, deine M-E-Ner-Chef? Ja, Mann. Aber kein Shade. Du hast keinen Shade geholt. Das ist auf jeden Fall gut, Ente. So, ich hab meine fünf geholt, bitte. Aus der fünf muss ich eine krasse Sache... Ja! Oha. Ente, es war's mit dir. Oha. Es war's mit dir, Alter. Oha, die Hosen lagere ich erst mal. Aber die Waffe morre ich dir gleich, um Ente fertig zu machen. Ente, ich werd dich gleich sowas von besiegen, Junge. Na, wie gesagt, ich mach dich fertig, Alter. Denk du nicht, Alter. Ente, heute werde ich gewinnen, weil ich hab mich noch die Glücksspinzacke. Also hab ich immer ein Backup. Falls du mich besiegst, werde ich gleich so für die Ambulance-Farm gehen. Weißt du, was ich mach, Alter? Ich baue deinen Energies von hier ab. Ey, nicht abbaunt. Ey, du hast schon abgebaut, Ente. Ente. Warum machst du eine Range mit, Hacke? Jo, die ist nice, Alter. Du wirst sehen, ich werd die mir jetzt holen, Junge. Ich werd nicht so was ich fertig machen. Du wirst nicht mehr die mit, Alter. Natürlich komm ich... Ey, lass dich rüber bauen. Ich kann auch rüberschwimmen, das sind eh noch Blöcke. Ey, auf damit, Ente. Hä? Mit was, Alter? Okay, ich hole mir irgendeinen Block, mit dem ich gleich fliegen kann. Da wirst du sehen. Warte, ich hab die BW-Boots. Jetzt wirst du sehen, du Frechdart. Komm her, Mann. Nein, ich hole mich unter dir ab, Alter. Nein, bringt nichts. Junge, dein Herz. Du ziehst da. So, will ich jetzt erstmal schön fertig machen, du kleiner Frechdart. So, Schuhe ausgezogen. Ente, komm her, Junge. Und... Nein, Mann. Nein, Ente. Ich hab recht, ich hab recht, ich hab recht. Ich kann nicht fliegen, Ente. Bitte. Komm, flieg. Oh, ich hab die Schuhe. Junge, was ist das? Junge, was so nice. Komm, Alter. Dann willst du es halt so. Nimm mal Dynamit, du dumm Ente. Zack. Nein, hör auf, Alter. Du musst einmal treffen und zack. Du weißt, du lebst selber noch. Hör auf dich, die ganze Zeit mit den Boots zu bauen. Ich hol mich... Nein, Mann. Ja. Ich hab alles verloren, Ente. Mein Lut. Du gehst, Alter. Ich hatte so krasse Rüstung, wie konnte ich falsch ankriegen. Oha, waschallah. Ente, hör auf. Oh, das Gönn ist mir fett, Alter. Ähm, ja, ich gehst ja alles. Du kannst ja alles gönnen, was du willst, Ente. Ja, danke, Bro. Du hast doch so nice ein Stuff. Nein, ich hab ja keine Energies mehr. Ich hab die Glücksspiel-Sacke nicht mehr. Oh, von denen. Okay, wir durften erst mal nur fünf Stehen holen, ne? Okay. Hast du gelitten, Alfa? Ja. Ja, ich hab gelitten, Ente. Ich hab auch keine Lucky Blöcke mehr. Ich hab auch gar kein Geld mehr, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass die nächsten Tage besser werden hier, auf jeden Fall. Und dass du dein Wetter hier schön genießen kannst. Ja! Alter! Hä? Was ist das passiert? Ja, du bist runtergefallen, oder? Hä? Nein, Mann. Ich komm zurück, Bro. Hä? Ich seh dich gar nicht. Wo bist du? Wie gehst du, Ente? Kannst du fliegen, oder was? Was ist das mit Wippen? Woher, Ente? Weiß ich nicht, Ente. Kannst du fliegen, oder was? Hä? Ente, wenn du nicht fliegen kannst, dann bitte verlassen uns. Nein, ich bin die ganze Zeit hoch, Alfa. So, ich hab jetzt hier den Glücksspitzack. Ente, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, Alfa. Du kannst dir dann gleich auch welche nehmen. Ich bin gespannt, wie viele das werden. Ich hab hier... Obwohl, warte, ich muss noch mal die andere holen. Ich geh kurz zu dir. Bitte mich angreifen, Ente. So, erstmal die 10 mach ich auf. So, mal gucken. Bist du gespannt? Drei, zwei, eins, let's go! Let's go! Das ist doch fast gar nichts. Guck mal. Das ist doch voll wenig, oder? Hä? Schon? Das ist richtig wenig. Das bringt ja fast nichts. Okay, und jetzt haben wir noch die Glücktausend. Ich schmeiß mal hier alles weg, was ich nicht brauche. Ich hab eh genug Ambulance, glaube ich. Ey, Ente, nicht so weit weg drüber. Geh, hör auf. Hä? Ich warte, du, Alfa. Ja, okay, du wartest. Okay, jetzt Glücktausend. Pass auf, dein Microsoft kann jetzt kaputt gehen. Let's go! Hä? Ah! Oh, das ist Lexbisschen. Jetzt Lexbisschen. Okay, desto mehr ich abbaue, desto mehr Lex manchmal. Aha, man muss auch richtig mit Glück treffen. Manchmal trifft man mit Glück eins oder so. Oha, aber guck mal, das ist bis jetzt voll viel. Du, Ente, wie viel erinnert es, Alter? So, hä? Warte, in meiner Kiste hatte ich noch eine Glücksspitzhacke, hä? Äh, Ente, ich kann nicht mehr fliegen. Bitte mach nichts, okay? Ente, bitte. Ente. Warte, warte, warte. Hau ab, hau ab. Warte, ich will doch mal kurz gucken, was macht ihr jetzt? So, Alter, wie viele Blitze sind da? Du, du bist doch raus, Alter. Ich hab dich schon ausgezogen. So, Ente, ich hab gehört, du hast doch Shade-Blöcke, oder? Ja, aber was gibt's denn da wieder? Ich kann, oha, guck mal, wie viel Glück ist das gerade gewesen, Lord? Warte mal. Nein, Alter, schlecht. Die war noch in der Kiste. Glück 9999. 9999, oha, guck mal, mit einem einmal abbauen kam mir so viel. Ich schmeiß dich weg. Jo, Alter, ein Fahrer mit der Preis für Shade ist teuer, Alter. Ja, du kriegst, Shade, guck mal, ich geb dir so viel Emelie, wie du willst, okay? Ich geb keinen Shop mehr auf der Web, Alter. Das heißt, die letzten Shade-Blöcke. Okay, ich hab noch Plural-Blöcke, Ente. Ich geb dir auch Plural-Blöcke, okay? Jo, du musst mir aber ein bisschen mehr als Plural-Gib, Bro. Ja, ja, du kriegst genug. Warte, warte, wir, ähm, in der Mitte kannst du dir deine Emeralds abholen gehen, okay? Ja, du gibst ja alle Emeralds, plus Plural. Ja, ja, ich geb dir alles, Ente. Und dann gibst du mir dafür Shade, okay? Weil, Leute, ihr seht, das sind unsere Villager, die sind weg. Egal, wir haben zum Glück noch welche und wir können jetzt handeln. So, ich schmeiß die schon mal alle hin. So, zack und zack. Wie viele sind das? Boah, schau euch das an, Leute. Es sind auch noch ein paar Stück. Oh, da bist du. Okay, wir können jetzt verhandeln, okay? Kannst du dich einfach besiegen? Nein, du kannst dich besiegen. Hör auf, ich habe auch ein starkes Schwert. Denk nicht mal dran, Ente. Bro, ich glaube, ich habe Brüste rettet. Ente, auf, ich schiebe, schiebe wieder aus, schiebe wieder aus. Warte, warte. Ähm, dropp mal erstmal die Shade-Lucky-Blöcke, die du hast. Ins Feuer? Nicht ins Feuer. Bist du dumm? Nicht, ja? Da verschwinden die hier auf, so. Los. Ich shoppe dir auch schon mal hier ein paar Plural-Blöcke, die du haben wolltest. Ah, warte, die nehme ich jetzt das erste Mal an, nicht? Ja, du kannst die auf jeden Fall erstmal nehmen. So, jetzt dropp die paar Shade-Blöcke. Wo sind die, Ente? Wirklich? Ich überlege gerade noch. Ente, du kannst jetzt... Nein! Hier war noch mein Manco. Okay, keine Ahnung, das war gerade irgendwie ein Fehler. Egal, weiter geht's. Äh, warte, ich habe dich nicht angegriffen, okay? Okay, dafür... Ich habe gerade Shade aufgemacht, Alter. Ähm, dafür, dass ich dich jetzt angegriffen habe, kannst du... Es sind doch nur fünf Shade-Lucky-Blöcke, okay, okay? Fünf Stück, Alter. Ja, aber ich wollte dich gerade besiegen, aber ich hatte dich hinbekommen, deswegen als Strafe nur fünf, okay? Ich habe dir alles gegeben, was ich hatte. Warte, eins. Ja, ich stelle dir einfach hier alle hin, gut. Drei. Ja. Vier. Ja, und... Fünf. Okay, und jetzt gehst du, okay? Mach dir alle auf, Alter. Okay, aber guck nicht zu, okay? Ich kriege da ein bisschen Angst, Ente. Warte, den Brunnen mache ich gleich auf. So, Spülzacke ist doch schon mal ganz nice. So, mache noch ein paar Stück auf. Ähm, Ente, wie geht's dir auf jeden Fall? Hey, ich habe vergessen, dass ich fliegen kann, Alter. Nein, du kannst sogar fliegen. Das ist auf jeden Fall richtig nice, Ente. Freut mich für dich. Ähm, ich mag dich auf jeden Fall sehr doll, Ente. Du bist der allerbesten Kollege, die ich jemals hatte, Ente. Ich meine Freunde und... Hä, was hast du vor, Alter? Wie, was habe ich vor? Ente, das Wetter war schon immer gut und ich hatte immer gute Laune bei Videos. Wo ist dir was vor? Ente, lol. Du hast ja auch Schildrüstung. Was geht, Alter? Was geht, Alter? Wie geht's? Nein. Was? Ähm, Ente, mein... Ist das gerade passiert? Ja, Mann. Ähm, Ente, ähm... Oh, die andere Schildrüstung hinfahm hier, Bro. Die liegt hier gar nicht auf. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, als ob ich verloren habe. Äh, 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 oh, Leute, was geht? Okay, Spaß, ähm, ich bin gerade noch auf Toilette, ähm, ich habe mir gerade Geschäfte gemacht. Warte, gucken wir uns zum Spiegel an. Hä? Aber, Leute, es hat geklingelt. Ich muss nur noch Hände waschen. Egal, ich muss nur noch oben. Warte, es hat geklingelt. Äh, aber ich rieche doch bis... Egal. Ey, du hast dich aufgemacht. Ente, was geht? Was geht? Gib mir High Five, Ente. Was geht? Ja, was geht? Äh, 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 Leute, egal, äh... Junge, Elf, was war das gerade, Alter? Ente, warum klingelst du bei mir? Was ist los? Äh, ich wollte dich fragen, ob du mit mir den Block hier abbaut. Nein, kein Bock, Mann. Äh, Cometstone. Gibt es einen wahren Grund, Alter? Hast du irgendwas gesehen? Äh, ich bin aus dem Cometstone-Bach. Was geht? Nein, ich hole gleich meinen chic Nuggets-Generator. Was ist los, Mann? Ja, nein, 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 nein. In der Stadt, Alter, da gibt es was Neues. Was geht? Komm mit? Bieder gibt es was Neues. Wirklich? Ja, ich muss dir was zeigen, Alter. Wir können aber das Neue spielen, Mann. Oh mein Gott, ich bin richtig gespannt, Leute. Ich hoffe, ihr auch. Was geht? Ja, aber ich bin auch übelst gespannt. Okay, Leute, ihr seht schon dahinten. Wir haben hier was vorbereitet, Leute, für euch. Und zwar wird es hier richtig abgehen. Wir haben hier heute richtig krasse Glücksspitzaket. Und müssen dann diese Türme hier abbauen. Und dann seht ihr auch schon, hier steht jemand, der verkauft uns was. Ihr seht, es ist für 35 Kohleblöcke. Gibt ihr uns eine? Oha, was? Was ist das für eine Spitzaket? Glück 100, okay. Und es geht hier immer weiter bis zu Glück. Ich sehe, es ist schlecht. Nein, das ist der Teeus. Was geht? Es ist der Teeus und da ist Perry. Leute, das wird auf jeden Fall richtig heftig. So, ey, lass anfangen. Komm, wie geht's zur Kiste? Ja, lass die Kiste öffnen. Gucken, was hier drin ist. Das ist eine normale Holzspitzaket und eine Spitzaket mit Glück 10. Glück 10, Alter, oha. Okay, lass erst mal gucken. Warte, wie viel brauchen wir überhaupt? Wie viel Kohle? Der Turm ist wahrscheinlich für dich. Der Turm ist für mich. Dann gucken wir mal. 35 Kohleblöcke. Okay, das wird krass. Ey, wir müssen die Glücksspitzaket nehmen, sonst schaffen wir das nicht, oder? Warte, ich will erst mal gucken. Wie viel kriege ich mit einer Holzspitzaket? Ganz normal, ich baue hier ab eine Kohle, nur eine, oha. Wirklich nur eine? Jo, das ist wenig, dann schaffen wir das gar nicht. Ich glaube, das war... Nee, man kriegt wirklich nur eine. Jo, man schafft es nicht mit der normalen Spitzaket. Das geht gar nicht. Das ist unmöglich. Deswegen, Leute, haben wir heute die Glücksspitzaket mit Glück 10. Alter, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, lass sie langsam abbauen. Ich fange schon mal an mit dem ersten. Wie viel kriege ich? Oha, direkt, warte. Hier habe ich drei noch von eben. Und das sind zehn Stück mit einer Spitzaket bekommen. Nein, Alter, das ist voll krass. Alter, wir brauchen mehr als einen halben Stack. Wir müssen hier richtig gut aufpassen, dass wir alle Blöcke abbauen. Wir haben 16. Ich hoffe, ich kriege ja wenigstens einen Stack voll. Dann müssen wir, glaube ich, easy schaffen. So, mal gucken, ich habe 22 plus eins. Hä? Obwohl, Glücksspitzaket habe ich nur eins gerade dazu bekommen. Richtig dumm. Was? Echt jetzt? Okay, jetzt habe ich wieder mehr bekommen. Sechs Stück. Mal gucken, wie viel kriege ich jetzt? Lol, nur zwei. Man hat nicht immer Glück, Ente. Ist so, ja, aber... Jetzt habe ich nur einen bekommen. Oh, oh. Ich habe schon immer einen Stack. Du hast schon immer einen Stack? Ich doch lage dich. Oha, Alter, fahr mal mehr. Wir müssen gleich teilen, Ente, bitte. Du musst teilen. Junge, ich kriege die nicht voll. Wie soll ich? Ey, wir müssen 35 voll bekommen. Weißt du, wie viel das ist? Ey, ich glaube, wir müssen gleich die Tour verlängern, wenn wir nicht Glück haben. Okay, einen Stack habe ich jetzt schon. Ich glaube, ich könnte es noch schaffen. Okay, jetzt habe ich fast 1,5 Stacks. Nee, immer noch nicht. Aber fast 2 Stacks. Jetzt aber. Okay, jetzt habe ich 1,5 Stacks. Okay, jetzt geht es mal mehr gut ab. Jetzt habe ich schon 2 Stacks über 2. Jetzt habe ich fast 2,5. Ey, wir brauchen auch 35 Kohleblöcke. Ja, das schaffen wir, das schaffen wir. Fast 4 Stacks. So, ich bin fast fertig. Ich habe schon richtig viele Stacks. Ey, Ente, wie viel hast du? Ey, ich gucke gerade mal. So, ich habe alle abgebaut. Oha, und die Spitzsack ist direkt kaputt gegangen. Das war ja gewollt. Okay, mal gucken. Ich glaube, ich kriege nicht genug. Doch, ich glaube, ich kriege genug raus. Bitte, ich muss Glück haben. Nein, Ente, du musst dir was ausleihen. Mir fehlen noch. Was? Wir brauchen noch 3 Kohleblöcke, bitte. Echt, noch 3 Kohleblöcke? Ich habe genau einen halben Stacks. Ich habe genau einen halben Stacks. Ey, ich habe noch 45. Was, reicht das? Ja, natürlich, 3 Stück. Oha, Alter, das reicht echt. Das war natürlich hier alles geplant, Leute. So, jetzt können wir uns echt die nächste Spitzsack kaufen. Wir upgraden. Ja, Mann. So, jetzt kann man... Oh, ich habe die gedroppt. Wo ist die? Wo ist die? Ich brauche die. Hier, ihr seht es. Ein Spitzsack mit Glück 100. Oha. So, was braucht... Wie viel müssen wir jetzt als nächstes fahren? Für Tadeos brauchen wir 128 Emelblöcke. Was? Alter, das sind ja... Das sind ja hier das ganze Feld voll mit 64 Emelblöcke, äh, Erdstücken und hier auch. Lol, das wird richtig viel. Okay, warte, ich baue mal eins ab. Oha, wie viel habe ich bekommen? Ich habe einen Stack bekommen mit einem einzigen Emelblöcke. Wir brauchen 1152 Emelblöcke, Junge. Hast du ausgerechnet nur einen Taschenrechner? Ja, aber einen Taschenrechner. Okay, du bist ein Betrüger. Ich hoffe, ich weiß, ich kann, Junge. Ja, aber jetzt, das geht richtig schnell. Guck mal. Oha. Warte, ich gebe uns mal eine normale Eisenspitze, okay? Nein, 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 nein. Ich will mit der Abbau, die ist krasser. Ich will nur mal Vergleich gucken. Ich baue mit einer normalen ab. Was kriege ich? Man kriegt nur einen? Voll lame. Oha. Oha, oder? Kriegt man wirklich nur einen? Ja. Alter, man kriegt wirklich nur einen. Und hier mit der Glücksspitzacke, zack, direkt geht hier alles voll, Mann. Oha. Ich kann so richtig viel und richtig viel, äh, ganz viel sammeln. Alter, wieso, wenn das nicht ein Bad Wars Glucone an Spitzacke? Ey, du hast ja oft gecheatet, Junge. Nein, habe ich nicht. Ente, ich cheate nie. Nein. Alter, mein Tag geht so schnell voll, das ist übel krass. Oha, ich habe schon richtig viel. Ich gehe mal gucken, wie viel ich schon craften kann. So, zack, bum, bam. 64 Blöcke habe ich schon mal safe. Was? 64 schon? Ja, ich glaube, ich habe schon genug, oder? Ja, ich habe schon 128. Oha, warte, dann crafte ich auch mal. Lol, ich habe nicht mal die Hälfte des Turms abgebaut. Da habe ich schon so viel. Lol, ente, aus den restlichen können wir Emile-Drüssel craften. Äh, habe ich schon gemacht? Was geht? Jetzt bist du dran. Ich mache unsere Kompass-Ton. Ente, 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 bitte. Was geht? Wo hast du die Sticks, du Cheater? Wir haben ja gar kein Holz. Äh, gar nicht. Äh, holz? Gib mir auch ein Sticks. Ich mache aus dem Rest auch Rüstungen, lol. Sind wir schon mal full equipped? Weil, Leute, heute gibt es noch ein Battle gleich. Ein schwertwürdige Macht-Emerald-Schwert. Acht Attack-Damage. Das geht natürlich nicht über meinen Weinkopf. Wir haben den Mods. Okay, und jetzt sind wir bei Thaddeus angekommen. Ich kaufe mir die. Wie viel Glück ist das? Die 1000. Glück, 1000 Spitzacke. Oha, 1000 Glück, Alter. Oha, okay, das ist schon ultra viel. Mal gucken, wie viele ich gleich gedroppt bekomme. So, was will der hier gleich? Warte, wir haben fünf Nesastars. Und ein Nesastar kostet 128 Stierblöcke. Dann bin ich gespannt, wie viel wir jetzt hier kriegen. Komm, ich mache einen ab. Oha, es hat ein bisschen geleckt. Oha, ich habe direkt so viel. Fast meine ganze Hotbar ist voll. Was? Alter. Oha, der Server lag. Juri, es leckt ja unten mal. Ich baue noch einen ab. Und zack, ganz imbieter voll. Alter, es geht viel zu schnell. Juri, warte, ich probiere auch mal. Ich kaufe einen Profi ultra schnell. Juri, so viele Dias einfach. Zack, hier nach unten weiter. Ich habe schon zwei Stacks. Mal gucken, wie viele ich hier noch rauskriege. Oh, hier fehlt noch. Zwei Heimstacks habe ich jetzt bekommen. Aus wie vielen Blöcken? Aus drei Blöcken. Ich habe hier sogar noch mehr Dias liegen. Okay, dann kann ich mir schon mal einen Nächster-Stack kaufen. Nice. Und ich brauche noch vier Stück. Die hole ich mir auch easy. Oha. Leute, guck mal, das ist jetzt genau. Oh, zack. Und nochmal, gib mir Dias. Noch einmal Dias. Und jetzt habe ich schon voll. Ja. Leute, guck jetzt, Crafting-Tipp. Ich drücke hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zack, alle drüben. Kann man mit der Tastatur machen. Ist ein Lifehack. Man kann viel schneller craften, wusste ich früher nicht. Okay, wieder zwei Stacks. Dann mit dem nächsten Nächsten-Nächster-Stack kaufen. Zack, jetzt habe ich schon zwei Stück. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, einen besseren Trick, wie ich das schneller mache. Und zwar einmal hier einen abbauen. Zack, wenn es hier unten voll ist, einfach die Dias rein und ganz schnell craften. Du hast jetzt zwei Nächster-Stars. Ich habe schon viele. Ja, Mann. Was? Wie viele hast du? Ich habe jetzt drei. Ich habe gleich fünf voll, Ente. Du wirst sehen. Junge, ich will auch. Bitte. Nein, Ente. Oha, so viele Dias wieder. Oh, ich brauche viel Zeug zu craften. Ente, du musst schlau craften. Es gibt geheime Tricks, wirklich. Vier Nächster-Star habe ich auch. Oh, jetzt hole ich mir den letzten. Ganz easy, ganz schnell. Okay, ich habe fünf Stück jetzt. Oh, mein Gott. Ich kann mir die nächste Spitzsacke kaufen. Jetzt ist das die Dias Spitzsacke mit Glück 31.000. Was? Wir hatten gerade 1.000 und das war schon ganz eventuell voll. Wie viel ist denn 31.000? 31 mal so viel. Ich habe sie jetzt auch. Was geht? Aber ente, doch nichts abbauen, okay? Ja. Du siehst doch, im Shop, hier gibt es eine Kiste. Wir müssen kurz wieder... So, eins, da muss ich noch hier kurz holen. So, damit ich mir die Kiste holen kann. Ente, hast du auch die Kiste geholt? Was geht? Was machst du da unten? Lernst du gerade schwimmen, oder was? Ja, Mann. Los, ich setze den D-Block hier hin. Komm hoch. Okay, ich habe die Kiste gekauft. Ente, bitte guck nicht rein. Das gehört mir. Nein, ich habe auch eine. Oha. So, die Dias muss ich hier kurz wegschmeißen. Ich habe ein bisschen zu viele Dias. Du musst vieles hinkommen. Bevor wir den Block abbauen, weil Leute, der Server wird genau nicht kaputt gehen. Der wird das nicht aushalten. Machen wir erstmal, glaube ich, ein Bett weg. Hier mit den Cases, die wir gerade bekommen haben. Komm, ich mache alle auf und zeige, was kriege ich hier? Ich habe direkt einen auf einen Klick aufgemacht. Samurai-Rüstung. Komm, da kann ich die M-Lot wegschmeißen. Schuhe noch. Boah, was habe ich hier für ein Böken? Oha, da gibt es Fliegen und alles gut. Was? So, mein stärkstes Schwert hat 22 Attack-Domage. Okay. Meinst du stärker? Wie viel? Äh, sag ich nicht. Okay, Ente, ein bisschen breit. Wir machen einen Cup. Und dann bauen wir diesen Diamant-Block da ab. Ente, ein bisschen breit. Warte. Alter, deine Rüstung wieder ist viel zu OP. Oh, die Star. Ich ziehe die Ringe an. Warte, ich kann die auch anziehen. Jetzt habe ich mehr Effekte. Okay, ein bisschen breit. So, ich kann fliegen. Nein, Ente, bleib stehen. Du fliegst so schnell, Mann. Bleib auf dem Boden, Jens. Da bist du. Was geht? Hey, Schwer hat gelegt. Hey, ist unfair. Leute, ich habe Gift. Ja, ich schweb doch. Nein, ich fliege gerade hoch, Alter. Jetzt geht es los. Hey, du willst kämpfen oder was? Ja, Mann. Bleib auf dem Boden, Mann. Das ist unfair. Ich fliege hoch mit deiner Waffe. Ach, lol. Mein Schwert gibt auch diesen Fly-Effekt. Ja, Alter. Du gehst, aber fliege ich die ganze Zeit. Ich habe anderes. Komm, kämpfen. Komm, Jens. Komm, Jens. Los. Oha. Keine Herzen. Null Herzen. Oh, wenig, Mann. Herz, ob du so starke Rüstung hast. Verliehst du auch keine? Hä, nicht mal durch den Bogen oder was? Doch, jetzt schon, Alter. Roll, jetzt. Alter. Alter, ja. Oha. Aber ich sehe nichts mehr. Wie lange noch? Vier Sekunden. Okay. Ich bin der Sieger. Deswegen darf ich den Diablock abbauen. Nein, Alter, ich möchte auch. Nein, du bist der Zuschauer. Komm, Jens. Alter, bist du bereit? Soll ich es wirklich tun? Ja. Ich muss mal meine Eventärkunst leer machen. Weil ich glaube, es ist wirklich... Mach deine Eventär so leer, wie es geht. Jetzt behalten du... Hab ich. Hier, du musst gar nichts behalten. Ich schmeiß alles komplett weg. So, jetzt. Die Glück 31.000. Ente, bist du bereit? Bin bereit. Bitte geht der Server nicht kaputt. Drei, zwei, eins. Oh mein Gott, Ente. Nein. Okay, ich bin wieder auf dem Server. Hä? Ich habe eine 64 DS bekommen. Was? Ja, alles ist weg. Hast du den Inventar? Komm mal auf dem Server. Warte, schau. Ey, ich hab gar nichts. Der Block ist doch wieder da. Der Server hat sich ausgehalten. Okay, tschüss, Ente. Ja. Boah, Ente, schau dir diese ganzen verschiedenen Spitzhack an. Die OP sehen die denn alle aus? Ich will die alle haben. Guck mal, wie krass die aussehen. Am Ende gibt es einfach eine Bananenspitzhack. Ich will die Bananenspitzhack haben, Leute. Wie cool sehen die denn aus? Auf jeden Fall spielen wir heute wieder einen neuen Simulator mit Ente. Was geht, Bro? Was geht, Bro? Guck mal, wir haben verschiedene Portale. Du siehst schon, das kostet 75.000, um dieses Portal aufzumachen. Dafür haben wir noch... Wir haben, glaube ich, noch gar kein Geld, oder? Nein, das ist gar kein Geld. Wir müssen 15.000 bezahlen. Hier können wir, glaube ich, durchgehen. Aber warte, was haben wir hier noch? Hier können wir Haustiere sogar noch holen. Als ob. Oh, warte mal, das wollte ich nicht machen. Was habe ich getan? Nein. Ah, wir können später Haustiere holen. Okay, okay, Leute. Ich habe das Stück gerade ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich hoffe, es funktioniert immer noch. So. Hier können wir also später noch die ganzen Haustiere holen. Das ist wie ein Roblox. 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 Was ist hier? Hier gibt es Essen. Können wir das nehmen? Ja, man kann das hier nehmen. Guck mal. Minus 50 Coins habe ich jetzt. Oh, oh. Das war, glaube ich, gar nicht gut, Leute. Jetzt habe ich einfach minus 50 Coins. Wie geht das? Egal. Du hast Schuld. Du musst die abbezahlen. Schnell. Deswegen lass schnell arbeiten gehen. Let's go. Lass durch das erste Portal gehen. Und? Wo ist hier unsere Spitzsacke? Wie geht es hier los? Müssen wir das mit der Hand abbauen, oder was? Was ist die meins? Hallo? Äh, wir kriegen wieder die erste Spitzsacke, Leute. Jetzt müssen wir kurz herausfinden. Oh, wir müssen noch Feuer auf Start drücken. Okay, Start. Let's go. Jetzt, glaube ich, hauen wir nicht mehr Minus weg. Das ist unsere Spitzsacke, oder was? Oha, schau dir die mal an. Wie krass sieht die denn aus? Das ist einfach nur ein Stock, Alter. Wie soll das gehen? Das wird doch richtig lange dauern mit dem Stock, oder nicht? Let's go. Und es funktioniert, Ente. Aber das dauert viel zu lange. Ich glaube... Ja. Ich glaube, das ist wirklich so langsam wie eine Holzspitzsacke, oder nicht, oder? Ja, in etwa. Ich kriege nur 15 Coins pro Block, glaube ich. Und ich bin immer noch in Minus. Deswegen müssen wir mich wieder hocharbeiten, Leute. Hoheiz. Deswegen hat Ente schon viel mehr als ich. Nein, ich hätte die Bananen nicht kaufen sollen. Was soll das? Aber vielleicht bringt die Bananen irgendwas. So bringt der welche Vorteile. Vielleicht kann ich die gleich essen, weil ich habe noch voll den Hungereffekt. Kann sein, dass wir gleich ein bisschen Hungerbalken verlieren. Und dann kann ich vielleicht die Bananen aufessen. Dann hast du, glaube ich, gleich ein Problem und nicht ich. Hey, bitte nicht. Let's go. Aber warte, wir haben schon, glaube ich, längst genug. Ich brauche noch nur 100 Coins. Oder? Du brauchst nur 100 Coins. Stimmt für die nächste Spitzsacke. Oder warte, wir können doch ein Haustier holen. Aber ich würde sagen, wir holen erstmal nur die neue Spitzsacke, Leute. Let's go. Oh, die kostet ja, meine ich, 100. Warte, der Hammer. Ja, genau. Das nächste kostet dann 1000. Also, wenn wir das nicht umgreifen können. Was? Aber gib dir mal den Hammer, wie cool der aussieht. Yo, wie krass ist der Hammer, Leute. Nice, Mann. Warte, können wir schon jetzt ein Haustier noch holen? Der erste Haus, die kostet 500 Coins. Okay, das können wir noch vergessen. Deswegen müssen wir weiter fahren gehen. Let's go, Leute. Hier mit dem Hammer. Hoffentlich geht das jetzt auch schneller. Das geht schon viel, viel besser. Probier es mal raus. Oh, ich glaube, das ist jetzt wie eine Steinspitzsacke vielleicht, oder? Ich glaube, ungefähr so. Oder vielleicht schon Eisen. Ist das wie ein Eisen so schnell? Was ist eigentlich so schnell? Ich finde, das ist schon richtig schnell. Warte mal, wie viele Coins brauchen wir jetzt? Wir brauchen 1000 Coins. Oder warte, ich würde sagen, ich mache mir die 500 voll. Und dann hole ich erst mal ein Haustier. Weil dann... Oh, ich habe genug für ein Haustier. Let's go. Ich gebe mein Haustier noch. Und jetzt ist es mit deinem Extra-Coins. Warte mal, ich will mir auch ein Zoll. Warte auf, Will. Nein, das ist meins. Ich glaube, ich muss jetzt so ein Ei aufmachen. Warte mal, Leute. Ich glaube, das geht hier. Zack. Und was kriegen wir aus? So, Leute, let's go. Komm schon. Und was habe ich bekommen? Ein Affe. Was ist das? Wir haben einen Affen, Leute. Ein Grille, oder? Ihr kennt es nicht richtig. Komm mit, Kumpel. Ich glaube, der bringt mir jetzt extra Glück. Los, bewegt dich. Und ich muss dir erst mal hier das Item hier, glaube ich, geben. So. Das muss ich ihm hier geben. Zack, damit er mir folgt. Und jetzt folgt er mir. Guck mal, ich habe ein Haustier. Jetzt mache ich auch ein Ei auf. Was kriegst du raus? Oha. Was hast du? Ist das ein Fuchs? Das ist ein Fuchs. Oha. Jetzt musst du dem auch diesen Zettel geben. Und dann folgt er dir. Let's go, Leute. Wir schaffen das jetzt schneller. Let's go. Nein, ich habe meinen Rot-Ondern, glaube ich. Das ist so einer. Okay. Bei mir habe ich, glaube ich, nicht die Namen gesehen. Da sind die jetzt aber. Oder? Ey, wo ist mein Haustier? Da ist der. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sollten wir viel mehr Coins kriegen, oder? Jetzt kriege ich hier pro Steinblock 15. Und wie viel habe ich ohne bekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt auf jeden Fall mehr, oder? Weiß ich. Hat das jetzt was gebracht? Ey, ich hoffe schon, oder? Oder was gibt er hier überhaupt? Kann man das sehen? Nein. Ja, aber ich kriege jetzt mehr, gell? Es kommt mir mehr vor als vorher. Oder es kann auch sein, dass sie nur Effekte geben, wie schneller abbauen. Oder ich glaube, ich baue ein bisschen schneller ab, oder? Doch, ich baue. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich baue ein bisschen schneller ab, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Oh, ich komme für den nächsten Spitz. Ich habe schon 1.000 Coins. Was? So schnell? Das ist ja voll unfair, Leute. Ich muss noch mehr als die Hälfte verhaben. Das kann doch nicht. Wollt ihr mir so ablosen? Das darf nicht wahr sein, Leute. Ich muss einen da aufholen, bitte. Wie kann das sein? Oh, du hast sie wirklich schon gekauft. Stolz auf, Enze. Mach mal langsam, oder? Aber ich muss mir jetzt Essen kaufen, weil ich von dir voll viel hoch habe. Oh, das sehe ich gerade. So, zum Glück habe ich die Banane geholt. Die ist richtig toll, die Banane. Enze 50 kostet die. Viel Spaß. Habe ich mir eine gekauft gerade. Guck mal, meine neue Spitzhacke. Was hast du denn, ey? Das ist ja voll unfair. Warte mal. Das kann nicht sein. Oh, du kriegst viel schneller Geld. Was soll das? Okay, Leute. Ich habe jetzt auch 1.000. Ich muss mal aufholen. Ich laufe direkt los, Leute. Let's go. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass das ja schon so krass ist. Wir können uns zunächst eine Spitzhacke holen. Welche ist das hier? Die für 1.000, Leute. Schaut euch die an. Und zack, da haben wir die Patch-Spitzhacke. Oh, da ist so ein Minecraft-Skin drauf. Das ist, glaube ich, so ein YouTuber, Leute. So ein amerikanischer. Mit dem sollte das Ganze jetzt, glaube ich, viel schneller gehen. Komm, schaut. Wow. Ich kann viel schneller abbauen, Leute. Leute, guck mal, wie schnell ich bin. Das ist schon viel besser. Ey, ich baue schneller ab, als du denkst du einfach. Ich glaube, ich baue schneller ab, Enze. Und ich höre mich gleich wieder, glaube ich, ein neues Haustier. Entweder für 500 oder für... Ich glaube, 2.000 das nächste. Das ist noch viel zu teuer, Leute. Das kann man es, glaube ich, nicht leisten. Deswegen mache ich die 500 voll. Und ich gehe mir das nächste Austier holen. Dann geht es vielleicht noch schneller. Und dann könnten wir vielleicht endlich wieder aufholen. Ey, du hast schon 2.000. Du kannst das Super-Ei hier holen. Oh, das Super-Ei-Deckste. Das bringt krasse Effekte. Warte mal, die nächste Spitzhacke kostet 5.000. Es muss noch 3.000. Spann ist da und so viel zu lange. Ich würde dir empfehlen, das nächste Haustier zu holen. Und was habe ich hier bekommen? Wow, neun Kumpel. Ein grüner Rück-Gorilla ist es, glaube ich. Yeah. So, was bringt der jetzt, Leute, wenn wir den an Steakern? Und ich habe einen Pingu bekommen, Alpha. Als ob du einen Pinguin hast. Wie cool sieht der denn aus? Was geht, Kumpel? Ja, ich habe eine neue Banane. Lecker. Oh nein, ich muss auch Bananen kaufen, Leute. Gar nicht gut. So, den muss ich hier auf jeden Fall noch rechts klicken. Was wird der mir hier bringen? Zack, das werden wir gleich noch rausfinden, Leute. Da haben wir zwei Haustiere. Folgt mir. Obwohl, warte, ich muss vorhin noch Bananen holen. Die sind aber für mich, die Bananen. Tut mir leid. Aber wer von uns kauft dann die nächste Tür frei? Da müssen wir uns ja drum streiten, oder? Der, der schneller ist. Warte, nein, nein, das muss ich ja langsamer machen. Hören Sie einfach schneller. Du hast gerade eh mehr gegangen als ich. Warte mal, Leute, bitte geht es jetzt noch schneller. Komm schon. Oha, viel besser jetzt bei mir. Yeah, ich glaube, ich merke auch einen Unterschied, oder, Leute? Doch, doch, doch. Viel schneller und schneller. Ich habe Haze bekommen, Alpha. Ich habe auch Haze. Und ich glaube, ich verdiene jetzt auch mehr, oder? Oder sieht es nur so aus? Ich muss mal gucken, Leute, wenn ich einen Kommissan hier aufhebe. Ich kriege für einen 15. Das ist immer noch gleich viel. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich baue jetzt viel schneller durch Haze ab, glaube ich. Ja, ich baue auch ganz okay ab, Leute. Wir brauchen als Nächsten. Wie viel brauchen wir für die nächste Spitzacke? 5.000? 5.000, Ganze. Und du hast schon 1.000. Wie schnell geht das denn bei dir, bitte? So, Leute, wir müssen jetzt schnell aufholen. Das ist gar nicht gut. Deswegen, let's go, let's go. Ich baue das hier alles ab. Komm schon. Wir sind schon bei 1.000. Oh, wie schnell ist es bei dir Vollgang? Ey, mach mal langsam. Ja, ich fahre, damit wir die nächste Tür kaufen können, Alfa. Äh, die nächste Spitzacke wäre, glaube ich, schlauer. Oh, ja, stimmt, weil die nächste Tür kostet ganze 15.000. Genau. Oh, soll ich auch lieber ein Haustier holen für 2.000, Leute? Bei mir hat es sich so ordentlich gelohnt. Ja, guck mal, du hast jetzt schon allein die 3.000 voll, Leute. Ich glaube, ich muss das auch tun. Wenn ich jetzt voll habe. Oh, äh, das ist so ein Vorsprung. Wie kann das sein? Ich habe den richtig fetten Haze-Effekt bekommen durch meinen Pinguin. Hier kriegen die noch, Leute. Warte, ich habe, äh, äh. Und ich kann nicht mehr sprinten, weil ich hungere. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich muss mir auch Bananen können, Alfa. Hol dir Bananen. Ich hole mir aber jetzt erst mal ein neues Haustier für 2.000 Coins. Let's go, Leute. Was kriegen wir raus? Und? Wir haben einen... Was ist das? Ein Hamster. Hallo, Hamster. Wie geht's dir, Kumpel? Let's go, Leute. Wir stellen ihn erst mal ein. Und jetzt haben wir drei Haustiere. Oh, Leute. Ich habe aber noch einen Riesenhunger. Aber ich glaube, ich habe Speed durch den bekommen. Oh, ich bin jetzt richtig schnell. Jetzt brauche ich gar kein Essen mehr. Aber ich kriege... Hier ist das Haus. Ja, so funktioniert das. Müsst du aufpassen, dass wir die Leid hier nicht kaputt machen. Sonst kommen wir, glaube ich, nicht mehr raus. Oh, oh. Stimmt. Pass auf, Enter. Oh, ich brauche ganz viel Essen. Ich kriege die ganze Zeit Schaden, Leute. Schnell, lass uns Bananen holen. Oh, Leute, Gott. Wir brauchen Bananen. Zack, zack, zack. Ich habe so Hunger. Erst die am besten jetzt schnell die Balle auf. So. Wir können so ganz minus gehen. Let's go. Ich gebe jetzt die neue Spitzsache holen für 5.000. Macht das endlich. Habt ihr auch gleich. Warte ab, mein Laut nicht mehr lange. Oha, da ist der Minecraft-Skit von einer Frau drauf. Das ist, glaube ich, eine andere YouTuberin. Das war so ein Aufnahmeduo. Okay, Leute. Vielleicht habe ich auch genug. Ich will mich auch nicht spoilern lassen. Ich gucke noch nicht. Ich gucke jetzt erst mal die 5.000 Blöcke. Let's go. 5.000 Coins. Okay, Leute. Ich glaube, wir sollten genug haben. Ich muss mich wieder hochbauen. Let's go. Macht das, Alter. Let's go. Jetzt kann ich schön die neue Spitzsache holen. Ich bin gespannt, Leute. Wie krass die ist. So schnell raus hier. Mit der müssen wir jetzt mindestens doppelt so schnell bauen können. Oh, die nächste kostet 15.000. Vielleicht müssen wir entscheiden, Ente. Entweder wir holen das Portal oder die neue Spitzsache. Ich glaube, das Portal wäre schlauer, oder? Ja, glaube ich echt. Weil so abbauen dauert viel zu lange. Oder ich kaufe erst mal doch ein Haustier. Oh, das muss ich, glaube ich, gleich auch machen, Leute. Ich kann so auf jeden Fall schon mal viel schneller abbauen, merke ich gerade. Aber das dauert mit dem Geld immer noch viel zu lange. Ich glaube, wir brauchen echt neue Haustiere. Wir haben ja gerade eins geholt für 2.000 wieder. Okay, nice. Hole ich jetzt, glaube ich, auch als nächstes. So, und zack, Leute. Da haben wir jetzt die 2.000. Let's go. Mal gucken, was kriegen wir wieder hier für ein Haustier. Ich bin gespannt. Oh, und was wird das? Bitte was krasses. Und was haben wir hier? Was hast du bekommen? Oh, ein Hundi wie süß. Was gibt der für Fekte? Keine Ahnung, Leute. Vielleicht gibt der mehr Geld. So, ich muss den hier erstmal wieder ausrüsten. Zack, da ist der. Und ich habe keine Ahnung, was ich bekomme, Leute. Ich weiß nicht. Das werden wir gleich sehen. Los, folgt mir alle. Ich sehe meine, wo sind meine Giraffen? Was für Giraffen? Wo sind meine Gorillas? Die sind weg. Ich sehe die nicht mehr. Nein. Was? Ich habe ein Papagei bekommen. Oh, das ist okay. Jetzt sehe ich alle meine. Du hast ein Papagei, Alter. Wie nice. Aber, Leute, warte. Ich glaube, ich kriege jetzt viel mehr Geld. Oha, wie krass ist das denn? Ich kriege jetzt für jeden Koppel schon 50, glaube ich. Echt jetzt 50? Oder noch, Leute. Guck mal, wie ich dich jetzt aufhole. Siehst du das? Nein. Wie schnell das geht. Wie schnell geht dein Geld hoch? Was? Ich glaube, du hast ein richtiges, was ich hierherbekommen. Der Hund hat mir echt richtig viel Glück gebracht. Leute, seht ihr das? Zack, zack, zack. So werde ich dich locker aufholen. Ich habe dich gleich. Nein. Ich glaube, es ist vorbei mit meinem Vorspiel. Du kriegst echt viel schneller Kohle als ich. Ja, also das war es mit dir. Danke aus, Tiere. Seid ihr Besten. Dank dem Hund haben wir jetzt noch diesen Geldbuß und so. Und durch die anderen Tiere haben wir gespeed. Leute, das ist viel zu heftig. Okay, und wir haben gleich beide 15.000. Was machen wir jetzt? Einer holt das Portal, der andere die Spitzhacke. Der Erste darf die Spitzhacke holen. Nein, warum sage ich das? Ja, komm, komm, komm. Bitte, gleich bin ich da. Bitte nicht, Leute. Ich muss mich schon aufholen, Ente. Nein, ihr fehlt noch 400. Leute, ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr. Ente hat zu viel Abstand. Das ist auch gar nicht gut. Und nein, du hast die 15.000. Ja, 15.000. Was muss ich jetzt kaufen? Warte mal noch kurz, okay? Du bist ja noch hier. Du musst hier erst mal hochbauen, mein Kumpel. Ich komme erst mal mit. Ich habe auch die 15.000. Warte, ich bin gleich da. Und ich gebe jetzt die Spitzhacke holen. Tschüss. Sag, wer er ist da, ist einfach. Tschüss, Ente. Let's go, Leute. Da haben wir eine neue Spitzhacke. Los, hol das Portal, Ente. Geh das Portal. Wenn ich das richtig ablose, wenn ich jetzt die Welt kaufe, muss doch, Mann, ey. Ente, warte, ich kann dir die Spitzhacke auch ausleihen, okay? Ich will nur erst mal gucken, wie krass die ist. Das dauert ja richtig lange abzubauen. Aber warte mal, wir kriegen richtig viele Coins. Siehst du das? Mann, ich will auch deine Spitzhacke. Mit der ist das richtig cool mit, weil das ist ja ganz langsam hier. Oh, ich sehe gerade, wie langsam das mit den anderen Spitzhacken ist. Mit der kann man das gar nicht mehr abbauen, mit den ersten Spitzhacken. Das geht gar nicht. Man muss diese Spitzhacken hier haben, sonst funktioniert es echt nicht. Ja, okay, Ente. Ich leide die jetzt aus, weil du warst wirklich der Erste. Hier, nimm die Spitzhacken. Viel Spaß damit. Oha, warte, doch, bis ich 15.000 habe. Dann kannst du sie wieder haben. Ja, okay, danke, Ente. Oh, Leute, das dauert jetzt echt ein bisschen länger, aber ist okay. Und ich sehe gerade, ich kriege pro Block, glaube ich, 300 Coins. Oh, horre. Ich weiß nicht, wir müssen gar nicht so viel abbauen. So, ich habe noch zwei Stück ungefähr. Und das reicht. Let's go, Ente. Ich gebe mir die Spitzhacken um. Oha. Als nächstes wäre es, glaube ich, richtig schlau, Haustiere zu holen, weil jetzt können wir richtig krasse OP-Haustiere gleich kriegen, so. 15.000 Haustiere. Warte mal, sind die echt so teuer? Hier kosten die noch 500, 2.000, dann 15.000 und dann 30.000, wenn du, oha. Es gibt nur noch die Diamant-Dimension, Leute. Als ob wir da noch hinkommen, das ist ja viel zu krass. Aber lass erst mal hier die ganzen Steine abbauen. Let's go. Und ich kaufe mir jetzt ein 15.000 Tier. Als ob das darf nicht wahr sein, Ente. Mach das nicht. Ich, bitte, ich muss ein krasses bekommen, was mir mehr Coins gibt. Oh, das wäre heftig, Ente. Oh, ich habe gehört, wie du das aufgemacht hast. Oh, was ist das? Ein Igel. Ein Igel? Was wird denn ein Igel bringen? Oh, der bringt mir, glaube ich, Speed. Ist ja voll nice, Ente. Hier, weil du es 15.000 verschwendet. Mann, ich wollte aber was, was mir mit Geld bringt, nicht mehr Speed. Ich habe auch schon mehr Speed. Ist doch okay, Ente. Leute, ich habe jetzt auch schon 20.000 Coins. Wir können sogar mehrere Haustiere holen. Und sich das... Oha, ja, auf jeden Fall. Wie toll ist die nächste Spitzhacke? Habe ich noch gar nicht geguckt. Das letzte Portal kostet auf jeden Fall 75.000. Sind wir nicht mehr so weit weg von 30.000 für die nächste Spitzhacke, für die Goldene. Oha, die ist bestimmt stark. Ja, ist die bestimmt. Aber ich hole mir jetzt erst mal das nächste Ausstier. Let's go. Was kriegen wir hier? Komm schon. Und... Was ist das? Jetzt haben wir hier noch einen Hundi. Diesen Wolf. Husky oder was? Ich glaube, das ist nur eine Hunderasse, Leute. Let's go. Zack. Wir haben ja ausgerutscht. Was bringt der jetzt? Weiß ich immer noch nicht. Ich will erst mal noch ein bisschen mehr essen. Und ich würde sagen, noch ein Haustier für 2.000. Wieso nicht? Ich glaube, wir können so viele haben, wie wir wollen. Das ist nicht wie in Roblox. Noch ein Hund, glaube ich. Oh, wie süß. Let's go, Leute. Das ist jetzt auch in unserem Team. Wir haben so viele Haustiere. Jetzt habe ich uns... Es funktioniert. Uns folgen alle. Let's go. Folgt mir. Oh, falsches Portal. Tut mir leid. Wir müssen einmal hier durch. Jetzt geht es richtig ab, Ente. Let's go. Ich werde nicht besiegen. Komm schon. Wir werden das nächste aus dir tun. Let's go. Jetzt kriege ich für jeden Stein 500. Was? Yeah. 1. Leute, guck mal, wie schnell jetzt mein Geld hier vollgeht. Richtig nice. Nein. Ich habe noch einen Igel bekommen. Nein. Du hast richtig Pech, Ente. Oh, Mann. Ich will noch mehr Glück haben und nicht immer mehr Igel bekommen. Guck mal, wie schnell mein Geld jetzt hier vollgeht. Das war es mit dir. Du kannst aufgeben. Ich habe dich wieder aufgeholt. Los, Mann, wie viel kriege ich pro Stein? Du musst nur mal nachziehen. Nur 100. Nur 100. Ich kriege 500 pro Stein, Ente. Du kannst dich mir gar nicht mehr aufholen. Jetzt kann ich sogar noch die neue Spitzsacke holen. Oder soll ich das Haustier holen? Jetzt muss ich überlegen, Leute. Wir könnten halt Pech beim Haustier haben und die Spitzsacke ist sicher. Deswegen hole ich die Spitzsacke. Jetzt glück mal den Haustier. Ich habe ihn nur die ganze Zeit Pech hier. Das ist nicht mein Problem. Und sagt, Goldspitzsacke. Let's go, Leute. Da haben wir die Goldspitzsacke. Nice, Mann. Und ich würde sagen, mit dem Rest könnten wir noch wieder ein Haustier holen. Vielleicht haben wir wieder Glück. Ich bin gespannt. Und wir haben einen Papagei. Schauen wir uns, was der bringt. Den hast du ja auch. Und auch mit ausgerüstet. Der ist jetzt auch mit bei uns im Team. Let's go, Leute. Kommt mit. Wir schaffen das. Wir besiegen, Ente. Hört die ganze Zeit weh. Ich weiß, Ente. Boah, die Spitzsacke ist noch schneller. Let's go. Mein Geld hat sich, glaube ich, nichts geändert. Guck mal, wie schnell ich dich aufhole, Ente. Warte mal. Und? Hat sich aufgeräumt. So schnell. Das war ich jetzt echt mit dir. So, Leute. Vielleicht haben wir wieder 30.000 fürs nächste Haustier vielleicht. Boah, ich bin erst wieder bei 15k. So, let's go, Leute. Jetzt holen wir noch ein OP-Diamant-Haustier. Bitte, wir müssen hier ultra viel Glück haben. Komm schon. Und 30.000 Diamantei. Komm schon. Wir gehen rein. Ist das ein Papagei? Ein anderer Papagei? Ich glaube, das ist ein anderer Vogel. Wieso konnte ich fliegen, Leute? Durch den kann ich fliegen, Ente. Was? Wie OP. Aber was bringt mir hier fliegen, Leute? Guck mal, ich kann jetzt einfach fliegen. Ich glaube, das hat gar nicht so viele Vorteile, Leute. Ich glaube, ich kann mich jetzt einfach nur schneller durch die Map bewegen. Aber sonst bringt mir das, glaube ich, groß nichts mehr. Warte mal. Ich kann jetzt mal hier vorne die ganzen Blöcke aufheben. Und zack. Ich habe dich eh gleich wieder aufgeholt. Mann, ist mir die Spitzsacke für 30.000 Koffeln. Ich glaube, die bringt mir auch nicht viel mehr. Oh, Ente, die bringt mir was. Oder hol dir das Haus hier. Dann hast du vielleicht mehr Glück. Oh, wie süß die ganzen Haustiere sind, Leute. Oh, das ist sogar Sonic, der Igel. Ja, aber der bringt mir wenig. Okay, Leute. Ich glaube, es wird Zeit für das nächste Portal, oder? Ich glaube, ich mache jetzt hier locker die 75.000 voll. Das geht jetzt richtig schnell. Jetzt haben wir schon die 55. Hey, du machst ein Haustier auf. Ich habe es gehört, Ente. Ja, jetzt habe ich bekommen einen. Was ist das denn? Ich glaube, Hunde geben mehr Geld. Deswegen musst du Glück haben. Mann, wir haben jetzt das nächste Portal gleich, Ente. Das ist ein Bietze-Konzer. Ein Leopard oder so, was kann der? No, als ob. Keine Ahnung. Der bringt mir nur Speed. Wie, ich kann die ganze Zeit so speed? Oh Mann, Ente. Ich hole das nächste Portal. Bist du bereit? Wir können die nächste weg. Ja, ich bin bereit. Zack, let's go. Warte, aber ich glaube, wir können gar nichts abbauen, Ente. Wir können nichts abbauen. Was? Das ist doch Schäme. Nein, weil wir brauchen noch die neuen Spitzsacken. Das habe ich ja komplett vergessen. Die nächste kostet 75. Die hätte ich zuerst holen müssen. Nein. Oh nein, die werde ich mir niemals leisten können, Alfa. Viel Spaß mehr abbauen. Was, Leute, als ob man die braucht. Ohne die Spitzsacken kommt man da gar nicht weiter in der Welt. Das ist ja viel zu krass. Aber Leute, was sehe ich eigentlich die ganze Zeit da unten? Ich glaube, ich habe hier so einen Texturenfehler. Warte mal, das sieht aus. Ey, wir haben hier sogar noch Erdse. Erdse. Die Erdse bringen viel mehr Ente. Warte mal, wie viel geben die? Die geben ein über 1.000 bei mir. Warte mal, hier ist noch ein Erdse. Und? Oha, die sind komplett Aupehent. Hier sind richtig viele davon, glaube ich. Hatten wir auch in der anderen Welt schon Erdse? Das weiß ich gar nicht. Wir hätten die auf jeden Fall viel früher finden müssen. Und die droppen viel mehr. Oha, ich sehe es. Wie viel Geld bringen die? Keine Ahnung. Ich habe jetzt schon 40.000. So schnell, Leute. Guck mal, wie viele Erdse hier noch sind. Oha, ich werde jetzt erst mal alle abbauen. Gibt es da unten noch mehr Erdse vielleicht? Wir müssen mal gucken gehen, Leute. Die haben die ganze Zeit nur Steine gefarbt, Alfa. Es war ja komplett los. Aber egal, Leute. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir Bescheid. Ich will jetzt gucken, gibt es da unten noch mehr Erdse? Wir müssen uns noch weiter nach unten bauen. Oh, ich glaube, da unten gibt es noch mehr Erdse. Warte, da sind so irgendwelche Dears. Da läuft irgendwas blau. Was, jetzt echt? Yeah. Wir geben noch mehr. Halt's ab, Leute. Wir haben Diamanten oder was auch ist. Let's go. Jetzt haben wir schon wieder fast 75.000. Aber wie komme ich wieder hoch, ist die Frage. Ich kann ja fliegen. Ja, wir sind durch Steine gefahren. Nein, du bist so ein Cheater, Alfa. Ey, lass meine Coins in Ruhe. Können alle mir hier. So, Leute. Jetzt können wir einfach hochfliegen. Let's go. Das Fliegen lohnt sich hier anscheinend doch. Hä, warum kann ich nicht fliegen? Mein Haus ist hier nicht hier. Warum? Hochfahren können wir uns nicht. Nein. Egal, Leute. Let's go. Lassen Sie die Spielsack holen. Ja, Mann, Spitzhacke. Was? Die kannst du dir schon leisten. Und damit soll ich jetzt in der nächsten Welt abwarten können, oder? Bitte. Bitte funktioniert das. Komm schon. Und ja, kann ich. Was bringt hier einen Stein, Leute? Ich weiß gar nicht. Ich treme mal kurz nach. Ich glaube 1.000. Ja, genau. 1.000. Let's go. Und warte mal. Hier geht es ja noch aufwischen, die ganzen Erze. Deswegen müssen wir hier jetzt erst mal nach unten gehen. Endlich wird reich. Nein. Du wirst vor, wir reichst doch gewinnt, das hier. Als ob ich dich aufholen konnte. Nice, Leute. Für jeden Stein alleine kriegen wir 1.000. Richtig heftig. Warte, Leute, wieso kann ich nicht mehr fliegen? Ich kann doch eben die ganze Zeit fliegen. Der Papagei gännt uns irgendwie nicht mehr, aber ist okay. Diesmal müssen wir eine Treppe, glaube ich, bauen. So, hier ist ein roter Erz. Okay. Was gibt der hier? Oh, der gibt, glaube ich, 2.000 pro Erz. Let's go. Wie toll ist der letzte Spitzkack? Hast du das vielleicht gesehen? Nein, den Preis kenne ich nicht. Aber der wird sehr teuer sein. Ja, das denke ich auch. Da gibt es noch ein anderes Erz, Leute. Ich gehe mal noch weiter nach unten. Komm schon. Hier muss noch ein Erz sein. Ich finde gerade keine anderen Erze mehr. Schade. Wir sind aber schon wieder bei 75 so schnell. Ich würde jetzt sagen, als Snickers holen wir uns ganz viele Haustiere wieder. Ich glaube, wir können jetzt dreimal die Diamanteier kaufen. Dreimal. Ja, genau, Ente. Und ja, hier ist doch ein anderer Erz. Oh, so ein grüner Erz. Wie krass sieht der denn aus? Und was bringt der, Leute? Oh, ich glaube, der bringt viel mehr Coins. Wir haben schon über 100.000 Münzen. Let's go. Ente, wieso ist dein Konto wieder leer, Ente? Alpha, ich konnte mir endlich die teure Spitzhacke leisten. All right, stop. Nice, Mann. Schön für dich. Oh, ich habe hier eine Katze bekommen. Die bringt hier, glaube ich, nur Speed. Egal, rüsten wir aus, Leute. Nächstes Haustier. Komm schon. Hier wird erst mal so viele, wie es geht. Ja, wieder ein Vogel. Ich hoffe, jetzt kann ich aber länger fliegen. So, da haben wir den eingestellt. So, noch ein. Komm schon. Und? Ja, ein Drachen. Was bringt ein Drache, bitte? Oh, das hört sich stark an. Und noch eins. Okay, wieder ein Vogel. Mal gucken, Leute, was die uns hier alles bringen. Let's go. Ich bin bereit. So, eben habe ich ungefähr 1.000 bekommen. Jetzt kriege ich für jeden Stein 2.000. Ich habe gewonnen. Ich brauche richtig schnellem. Was? 2.000? Niemals. Okay, Leute, jetzt haben wir schon... Oha, wie schnell das bei mir geht. Siehst du das? Das ist ja nicht normal. Ja, das ist doch bei dir ab, Alpha. Oha, ich glaube, ich habe gewonnen. Oha, niemals. Leute, ich gehe gleich sofort den nächsten Splitsack holen. Wie teuer waren die jetzt? 200 irgendwas? Oder 100.000? Die könnten wir jetzt schon holen, wenn die 100.000 kostet. Was? Wie schnell geht das bei dir? Guck mal, wie langsam bei mir war das. Das ist wie sowas fort geworden, ne? Auf jeden Fall, Oha. Nur durch die Haustiere. Wie krass ist das? So, Leute, wie teuer ist das die nächste Splitsack? Bringt die überhaupt noch irgendwas? Ich weiß ja nicht. Die kostet 150.000. Die können wir uns holen. Zack. Ich habe die Bananensplitsack. Ich habe gewonnen. Was? Nein. Okay, die baut jetzt noch ein bisschen schneller ab. Und die bringt uns, glaube ich, ein paar mehr Münzen. So, ich baue mich mal einfach gerade runter, Leute. Und das geht nicht wegen den Haustieren dahin. So, hier vielleicht nochmal. Nächster Versuch. Komm schon. Okay, und ich kann hier wirklich alles richtig krass holen. Die Erze geben sogar noch mehr. Du kannst aufgeben, Benzin. Die Bananensplitsack ist zu krass. So, unten sehe ich dich. Das war es mit dir. Jetzt brauche ich noch die grünen Erze. Die geben, glaube ich, auch noch viel mehr. Aber Leute, das Geld bringt mir gar nichts mehr. Ich habe das Spiel schon durchgespielt. Also, bei mir läuft es so krass. Ich kaufe dir auch die Bananensplitsack. Viel Spaß, da bin ich. Ach, Mann. Was? Du kaufst für die auch? Äh, wo ist die hin? Ich habe die gedroppt. Und die ist verschwunden. Hey, wo ist die hin, Mann? Oh, da liegt die. Da, 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 da. Nimm die. Let's go, Leute. Aber Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr keiniges Video verpassen wollt hier von meinem Kanal, schaut bei ihnen vorbei. Lasst ein Like da und dann würde ich sagen, tschüss. Ciao.